Willkommen zurück hier bei unserer Konferenz. Willkommen zu Panel Nummer 4 oder einen schönen guten Tag, wenn Sie frisch eingestiegen sein sollten, für dieses Thema, das wir uns jetzt vornehmen wollen, nämlich die öffentliche Meinung, die veröffentlichte Meinung, Demokratiegeschichte im Journalismus. Wir diskutieren hier auf dem Podium, aber natürlich auch mit Ihnen. Beteiligen Sie sich also bitte gerne im Chat, wenn Sie uns über YouTube jetzt verfolgen, können Sie einfach Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen dort hinterlassen oder Sie können uns auch eine E-Mail schicken, demokratiegeschichte at deutsche-gesellschaft-ev.de, das ist die Adresse. Also wie gesagt, beteiligen Sie sich gerne. Vielleicht haben Sie eine ganz eigene Antwort auf die Frage, die Sven-Felix Kellerhoff jetzt aufgreifen wird. Er ist leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte bei Welt und Welt am Sonntag und gibt uns einen ersten Impuls zu der Frage, wollen viele Deutsche nichts von der Geschichte ihrer Demokratie wissen? Bitteschön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Frenzel. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung hier zu dieser Tagung. Und ich finde das sehr schön, dass diese Tagung hier in der hessischen Landesvertretung stattfindet. Frankfurter Paulskirche ist ein zentraler Ort der deutschen Demokratiegeschichte. Wollen viele Deutsche nichts von der Geschichte ihrer Demokratie wissen, lautet das Thema, das Herr Lüdecke mir gestellt hat. Und tatsächlich kann man auf den ersten Blick annehmen, dass das zutrifft. Das Problem ist, auf den zweiten, dritten und vierten Blick ist es immer noch so. Woran mache ich diesen Eindruck fest? Natürlich an den Einblicken, die ich gewinne in meiner tagtäglichen Arbeit als verantwortlicher Redakteur für Weltgeschichte, also für den Geschichtskanal der Welt und an einigen Zahlen, die ich zusammengestellt habe und die ich Ihnen vortragen werde, die natürlich was mit unserer Arbeit zu tun hat, aber die ich auch versuche, etwas zu weiten, damit es nicht nur bei dem einen zusammenfassenden Blick meinerseits bleibt. An dieser Stelle werde ich sinnvollerweise etwas sagen zu dem, was dieser Kanal ist. Weltgeschichte ist der Online-Geschichtskanal von Welt.de, der Online-Ausgabe der Tageszeitung Die Welt hier aus Berlin. Aktuell erreicht der gesamte Kanal Welt.de in der Regel täglich zwischen 4 und 5 Millionen gelesene Artikel, sogenannte Visits. Weltgeschichte allein, also nur der Geschichtskanal, schwankte in den vergangenen 30 Tagen laut unserem Messinstrument, mehr weiß ich auch nicht, zwischen, ich muss nachgucken, 163.091, das war der schlechteste Wert am 21. August und 600.762 am 14. August, dem besten Wert. Das war allerdings mit freundlicher Unterstützung von Apple News, Google News oder möglicherweise auch dem Newsstream von Facebook. Im Schnitt haben wir um die 250.000 Visits, also wenigstens zum größeren Teil gelesene Artikel. Die einfache Zahl der Page-Impressions, der bei uns sogenannten Klicks, liegt noch etwa 40 Prozent höher. Doch diese Klicks zählen, einige von Ihnen werden das wissen, bei der IVW, bei der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. nicht, sondern eben nur die Visits, die durch Verweildauer auf einer bestimmten Seite und durch Scrollen qualifiziert sind. Unsere hausinternen Heavy-User genannten Leser, also Menschen, die mit ihrer IP-Adresse mindestens 15 Mal pro Monat, also alle zwei Tage einmal, auf Weltgeschichte gehen, erreichen inzwischen eine knapp sechsstellige Zahl. Und ferner haben wir 95.000 Abonnenten auf Facebook und 86.075 Likes am Sonntag. Warum sage ich das? Nur um Ihnen ein Gefühl zu geben für den Resonanzraum, den Weltgeschichte hat. Und ich will das, wie gesagt, später versuchen, allgemeiner aufzuspannen. Denn natürlich ist es nicht nur interessant für Sie, was Weltgeschichte tut, sondern was der Geschichtsjournalismus insgesamt in Deutschland tut, wie Geschichtsthemen in Deutschland insgesamt ankommen und welche Themen ankommen. Weltgeschichte gibt es seit Herbst 2012. Damals wurde dieser Kanal den zwei hauptamtliche Redakteure betreuen und ansonsten einige wenige eng unserem Verlag verbundene Autoren sowie Kollegen aus anderen Ressorts als eigenständiges Ressort aus dem Bereich Feuilleton ausgegliedert. Vorbild war seinerzeit ganz klar der Channel der Kollegen aus Hamburg von Spon von Spiegel Online, der hieß damals eines Tages. Doch im Gegensatz zu den zeitweise dort acht beschäftigten Kollegen wollten wir von Anfang an ein etwas anderes Konzept machen, nämlich eine Art tagesaktuellen Geschichtsjournalismus. Das heißt, wir greifen aus dem gesamten Bereich der Geschichtswissenschaft, beginnend in der Vorgeschichte und reichend bis zur neuesten Zeitgeschichte Themen auf, die uns dazu einen Anlass geben. Solche Anlässe können natürlich einerseits runde oder jedenfalls bei dem Format Kopf des Tages auch unrunde Jahrestage sein, aber ebenso Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, neu publizierte Forschungsaufsätze, aktuelle Kino- oder TV-Filme sowie interessante Dokumentationen. Einen großen Anteil unserer Arbeit machen Hintergrundstücke aus, die sich meist die Chefredaktion zu aktuellen Ereignissen wünscht. Ich habe mal eines rausgezogen, als die Bilder aus Kabul Mitte August kamen mit den amerikanischen Hubschraubern über der Botschaft. In Kabul haben wir natürlich eine Geschichte gemacht über die Evakuierung der amerikanischen Botschaft in Saigon 1975. Weltgeschichte bringt von Ausnahmen abgesehen täglich zwei Artikel, einen morgens, meistens eben den Kopf des Tages und einen um die Mittagszeit. Je nach Einlaufen potenzieller anderer Themen, ich sprach ja schon von den gewünschten Hintergrundstoffen, kann aber auch ein dritter oder manchmal, wenn wir zu zweit oder sogar noch mit einem freien Mitarbeiter zu dritt im Ressort sind, zurzeit natürlich ausschließlich im Homeoffice, sogar noch ein vierter Artikel aktuell hinzukommen. Wie viele verschiedene Artikel bei Weltgeschichte seit 2012 erschienen sind, kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, denn seit einiger Zeit sind wir dazu übergegangen, ältere Artikel leicht überarbeitet zusätzlich zu unserem normalen Programm erneut zu publizieren, sodass wir öfter auch ein oder sogar zwei solche Stücke am Tag bringen und damit die direkte Zählbarkeit im elektronischen Archiv leider aufgehoben ist. Aber ein Überschlag, den ich in folgenden Angaben und Berechnungen zugrunde lege, ist, dass in neun Jahren mit zwei Stücken, durchschnittlich zwei Stücken am Tag so etwa 7500 Artikel, verschiedene Artikel von Weltgeschichte erschienen sind. Und das ist jetzt die Grundlage dieser Angabe von etwa 7500, die natürlich eine Schätzung darstellt, für die weiteren Erörterungen. Denn das ist ja die entscheidende Frage, welche Bedeutung hat Demokratiegeschichte im Geschichtsjournalismus und für das Publikum, das Geschichtsjournalismus als Informationsmedium gutiert, das als Informationsmedium wahrnimmt und ja auch ein Teil, mindestens ein Teil seiner Freizeit in dieses Thema investiert. Ich habe deshalb am Sonntag unser elektronisches Artikelarchiv ausgewertet und die folgenden Kriterien zugrunde gelegt. Als Artikel zur Geschichte der Demokratie in Deutschland verstehe ich alle Berichte, die sich schwerpunktmäßig um Themen der Demokratieentwicklung seit 1848 drehen. Und da der Kanal Weltgeschichte so etwa 25, 20 Jahre zurückreicht, geht das also bis, sagen wir mal, zur Bundestagswahl 1998 nicht weiter. Danach ist es aktuelle Politik. Also habe ich gezählt und auch zählen lassen, natürlich mithilfe der Suchinstrumente alleine wäre das nicht möglich gewesen. Alle Artikel über die Revolution 1848 und die Frankfurter Nationalversammlung. Alle Berichte über parlamentarisches Wirken im Kaiserreich. Ferne Artikel über die geschehen ist in 1918, Stichwort Novemberrevolution und die gesamte Weimarer Republik, sobald es darum um demokratische und parlamentarische Themen geht. Einbezogen habe ich also Artikel über den zum Beispiel den gegen die demokratische Regierung gerichteten Kaputsch 1920 oder den Mord an demokratischen Politikern wie Matthias Erzberger 1921. Hier hätte sich gerade Ende August zum 100. Mal. Nicht jedoch Artikel über den Vertrag von Versailles. Da ist es nicht wirklich eine demokratische Verbindung herzustellen und auch nicht Artikel beispielsweise über die Folgen der Ruhebesetzung. Ferner habe ich als Artikel zur Demokratiegeschichte jene Beiträge gewertet, die sich um die Gründung der Bundesrepublik Deutschland und ihr Grundgesetz drehen. Um führende demokratische Politiker der Bundesrepublik, heißt Ministerpräsidenten, Kanzler, Kanzler, Ministerpräsidenten und jedenfalls meistens Minister, wenn es solche Personen wie Franz Josef Strauß oder ähnliches Kaliber waren. So wie um die Entwicklung der Parteien und der parlamentarischen Arbeit in der Bundesrepublik. Aus dem zweiten deutschen Staat der DDR habe ich jene Artikel gezählt, die sich entweder mit dem Volksaufstand von Juni 1953 seiner Vorgeschichte und seinen Nachwirkungen beschäftigen oder mit der Vorgeschichte und der Umsetzung der friedlichen Revolution 1989-90, was natürlich einbezieht, dass man zum Beispiel auch mal Anfang der 80er oder sogar in die 70er Jahre zurückgeht, aber beispielsweise den Artikel über die Selbstverbrennung von Pastor Brüsewitz 1976 habe ich nicht einbezogen, weil ich da nicht wirklich, es ist eine wichtige Geschichte, gar keine Frage und von sehr großer Bedeutung und auch intensiv diskutiert, völlig vernünftig und zu Recht, aber einen wirklichen Bezug zur Demokratiegeschichte kann ich ja nicht erkennen. Nicht zur Demokratiegeschichte zähle ich ferner Themen über den Kalten Krieg, über Geheimdienste nach 1945, über den Mauerbau, über Fluchten und ähnliches. Wenn ich also diese Kriterien auf die 7500 etwa Artikel anwende, die seit 2012 in Weltgeschichte erschienen sind, komme ich zu folgendem Ergebnis. Ungefähr sechs Prozent, sechs Prozent dieser 7500 Artikel fallen unter diese Kriterium Demokratiegeschichte. Sechs Prozent. Erster Blick, zweiter Blick, dritter Blick, vierter Blick. So, zum Vergleich, Themen über NS-Geschichte inklusive des Zweiten Weltkriegs und seiner Nachwirkung sowie der Geschichte der NSDAP bis 1933, ist nun ein Spezialgebiet von mir, über das ich immer wieder Bücher schreibe, machen knapp 25 Prozent unserer Artikel aus. Etwa ebenso viele Artikel sind dem Spezialthema meines Kollegen Bertolt Seewald, Antike und Archäologie, gewidmet. Rund zehn Prozent behandeln Geheimdienst und Kalte Kriegsthemen mit mindestens ansatzweisen deutschem Bezug, also inklusive allem, was auch Stasi betrifft. Ähnlich viele Artikel haben ausländische Themen der Neuzeit zum Gegenstand, ohne deutschen Bezug. Als Beispiel Sezessionskrieg in den USA, Rassismus in den USA, ganz wichtiges Thema bei uns. Alle anderen Themen, Medievistik, Religionsgeschichte, Technikgeschichte, Militärgeschichte, Mediengeschichte, Terrorismus und ähnliches bilden den Rest, den auszuzählen oder weiter aufzugliedern, ich mir jetzt erspart habe. Ohnehin, meine Damen und Herren, sind diese Grenzen natürlich fließend, weil in Artikeln natürlich immer unterschiedliche Schwerpunkte eine Rolle spielen und kein Artikel oder wenige Artikel ganz ausschließlich einer Kategorie zugeordnet werden können. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht mal ganz sinnvoll und dieser Fragestellung einfach mal eine Datenbasis festzustellen, wenn auch nur eine Datenbasis natürlich von Weltgeschichte, weil ich nur da den exklusiven und besonderen Zahlenzugriff habe. Ich habe keinen Zahlenzugriff auf das, was die Kollegen bei Sponn machen, heißt ja inzwischen Spiegelgeschichte. Habe jetzt auch nicht Kollegen Wiegräfe in Hamburg angeruft und ihn gefragt, ob er sich die Arbeit machen möchte, das zusammenzustellen. Wenn er eingeladen worden wäre, hätte er das sicherlich getan, denke ich. Aber vor diesem Aspekt ist es also wichtig zu sagen, 6% unserer Artikel sind der Demokratiegeschichte Deutschlands im engeren Sinne gewidmet. 94% haben andere Zusammenhänge. Warum ist das so? Sicherlich nicht, weil Bertolt Seewald und ich die deutsche Demokratiegeschichte nicht schätzen, im Gegenteil. Aber wir sehen, dass demokratiegeschichtliche Themen bei Weitem nicht die Resonanz bei den Lesern finden, die sie unserer Meinung nach auch verdienen. Konkrete Zahlen zum Leserinteresse kann ich Ihnen nicht sagen, weil das immer Momentaufnahmen sind und alle Artikel natürlich fortlaufend weitergelesen werden. Aber so im Eindruck nach demokratiegeschichtliche Themen, zum Beispiel ein Kopf des Tages über die erste Bundesministerin, Elisabeth Schwarzhaupt, landet dann irgendwann in den ersten 48 Stunden bei 12.000 bis 20.000 Lesungen, also gelesenen Artikeln. Und das ist ja jedenfalls nicht genug, um es zu machen. Das tun wir auch. Aber es ist nicht genug, um damit zufrieden zu sein. So, nun könnte es natürlich sein, dass das ein reines Problem von Weltgeschichte ist und von unseren Lesern. Den Einwand könnte man jetzt ja machen. Nun ist es aber so, dass es erstens aus meiner Wahrnehmung bei den anderen Kollegen, die Geschichtsjournalismus machen, nicht anders ist. Also Spiegel Online, Spiegelgeschichte, verdienstvolle Kollegen machen keine im Wesentlichen ganz andere Themenauswahl wie wir. Das ist zweitens auch bei den Geschichtsmagazinen, die wir in großer Zahl ja in den Bahnhofsbuchhandlungen sehen können, auch alles verdienstvolle Kollegen. Ich sage mal, G-Geschichte, damals, Geo-Epoche, Zeitgeschichte von den Kollegen in Hamburg bei der Zeit, auch Spiegelgeschichte und ähnliche Magazine, da spielen demokratiegeschichtliche Themen auch keine besonders große Rolle. Und es ist auch so, dass bei den Themen, die die großen News-Aggregatoren, also vor allem Apple News und Google News aussuchen und die bei uns auch immer wieder, wie zuletzt am 14. August, Artikel in völlig ungeahnte Höhen katapultieren können mit 600.000 gelesenen Artikeln an einem Tag, dass die so gut wie noch nie demokratiegeschichtliche Themen ausgesucht haben. Und da sind es nicht Menschen, die aussuchen, sondern Algorithmen. Hat seine eigene Problematik, wissen wir alle. Wir begeben uns immer mehr in die Hand von Algorithmen. Aber hier jedenfalls ist wichtig festzuhalten, nicht nur die Redakteure, die menschlichen Redakteure kommen zu diesem Ergebnis, sondern die Algorithmen kommen zum gleichen Ergebnis. Diese Artikel werden nicht oder sehr selten weit nach oben gestellt und explodieren dann entsprechend nicht bei den Zuschauer- bzw. Leserzahlen. Also festzuhalten bleibt, demokratiegeschichtliche Themen sind bedauerlicherweise beim Publikum kein Selbstläufer. Bleibt die Frage, was sich dagegen tun lässt. Da ich es niemals für die Aufgabe von Journalisten halte, das Publikum erziehen zu wollen, also zu pädagogisieren, was übrigens auch gar nicht funktionieren würde nach meiner festen Überzeugung, bleibt nur, demokratiegeschichtliche Themen auch weiterhin so spannend wie möglich aufzubereiten, weil selbstverständlich weiterhin gewahrter Seriosität und dann einfach am Ball zu bleiben, auch wenn es manchmal oder eigentlich leider Gottes meistens gerade bei dieser Art von Themen nicht die Resonanz gibt, die man sich wünscht und wenn man die Arbeitszeit, die man da hineingesteckt hat, in andere Themen, in eher publikumsträchtigere Themen gesteckt hätte, hätte man sicherlich mehr erreicht. Aber genau das ist nicht unser einziges Kriterium und ich gehe davon aus, dass bei allen anderen im Geschichtsjournalismus tätigen Kollegen und Kollegen genau das Gleiche ist. Wir gucken auch, aber nicht nur auf die Leserzahlen, auf die Klickzahlen, auf die Visitzahlen, sondern wir haben natürlich auch noch und vor allem einen inhaltlichen Anspruch. Deshalb bleiben wir dran, deshalb bleiben auch alle Kolleginnen und Kollegen bei anderen Medien nach meiner Wahrnehmung dran, auch wenn wir die ganz großen Publikumserfolge mit demokratiegeschichtlichen Themen leider nicht erzielen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank an Sven Felix Keller auch für diesen Aufschlag. Sechs Prozent, knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Immerhin. Ja, das heißt, wir haben Raum zu diskutieren und das tun wir jetzt mit diesem Panel, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Ich begrüße Sabine Rennefanz von der Berliner Zeitung, dort Teamleiterin des Dossiers. Schönen guten Abend. Ich glaube, das ist Ihr Platz, genau. Und Dr. Christoph Kucklik, den Teamleiter der Henry-Nannen-Schule, also des Ortes, wo die Edelfedern dieser Republik ausgebildet werden. Und Professor Mayer, den Sie hier schon, wenn Sie von Anfang an dabei waren, schon an ein oder zwei Stellen gehört haben. Von der Universität Bonn, Professor dort für Politikwissenschaft und auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft. Ja, das waren ja jetzt einige Zahlen, die Sie uns hier präsentiert haben. Also ein quantitativer Einstieg mit ein paar qualitativen Bemerkungen am Ende. Sabine Rennefanz, ich vermute mal, Sie haben jetzt nicht statistisch nochmal das Berliner Zeitungsarchiv durchforst für diese Runde hier. Ist aber vielleicht auch gar nicht nötig, weil man ja häufig ein ganz gutes Gefühl auch hat, wenn man für Leserinnen und Leser schreibt, wo so die Interessenslagen liegen. Wie würden Sie das denn einschätzen? Wie groß ist das Geschichtsinteresse bei Ihren Leserinnen und Lesern? Also ich habe natürlich mit ein bisschen Neid die Zahlen angehört vom Weltgeschichte-Kanal. Wir haben keinen eigenen Kanal und unser Level ist ein kleines bisschen drunter. Aber ich muss sagen, die Geschichtsthemen, die stößen immer auf sehr viel Wiederhall. Und ich habe an unsere Serie gedacht, die wir letztes Jahr zu 30 Jahre Einheit gemacht haben. Eine Interviewserie mit der letzten DDR-Regierung unter Lothar de Maizière. Und ich weiß noch, als ich das in der Konferenz vorgestellt habe, waren alle so ein bisschen so, ja, Lothar de Maizière und Sabine Bergmann-Puhl, ob das so zieht. Und das war wirklich eine der erfolgreichsten Serien, die wir gemacht haben. Also das Interview mit Peter Michael Diestl, dem letzten Innenminister. Das wurde so ein kleiner YouTube-Hit, obwohl es nur ein Audio gab. Also das hat mich überrascht. Also das ist so ein bisschen, ich habe bei Ihrem Vortrag gedacht, ich würde, also sechs Prozent hat mich wirklich überrascht, dass es so wenig ist. Weil ich finde gerade so diese Ost-Themen, jetzt habe ich natürlich auch eine Ost-Geschichte und wir haben auch eine größere Ost-Leserschaft. Die ziehen bei uns schon sehr stark. Also alles, was so deutsch-deutsche Demokratiegeschichte angeht. Und ich finde, da gibt es vielleicht auch noch so einen gesamtdeutschen Nachholbedarf. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wahrscheinlich müssen wir da auch nochmal differenzieren. Also 89, 90, ich kann mir vorstellen, dass auch sicherlich bei Welt-Weltgeschichte das vielleicht mehr Wiederhall findet als die März-Revolution oder andere Dinge. Da muss man natürlich sagen, dass 89, 90 zum Teil auch in der Politik spielt. Und das habe ich jetzt nicht auswerten können. Also da kann es, auf jeden Fall gibt es Unschärfen bei der Statistik. Ich habe jetzt wirklich nur welt.de-slash-Geschichte ausgewertet. Wir haben auch viel, ich habe auch einiges zur Friedlichen Revolution gemacht. Aber natürlich vollkommen richtig, dass man eben auch andere Ressorts betroffen, die ich jetzt nicht ausgewertet habe. Ob es jetzt, also dann hoch ginge auf acht Prozent oder zehn Prozent, kann ich nicht ausschließen, kann ich aber auch nicht sagen. Ist möglich, auf jeden Fall. Auch bei uns. Wir haben ja nun auch eine sehr deutsch-deutsche Geschichte als Welt und als Blatt des Axel-Springer-Verlages. Spielt das sicherlich eine Rolle. Tatsächlich bezog sich das jetzt auf mein Ressort. Und von daher sind wir nicht hundertprozentig vergleichbar. Aber das ist ja das Schöne. Christoph Kucklick, wie ist Ihre Wahrnehmung? Geschichtsthemen, großes Interesse, aber gerne auch vielleicht eher bei den, wo es ordentlich geknallt hat, den Negativgeschichten, den Kriegsgeschichten. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen rausgehört. Also die üblichen Kriterien der Aufmerksamkeit gelten, glaube ich, auch bei Geschichtsthemen, ganz klar. Ich muss erst mal sagen, ich fand es großartig, dass Sie sozusagen so einen journalistischen Angang zum Thema gewählt haben. Nämlich erst mal gucken, was im Archiv, was sind die Zahlen, was sind die Daten, evidenzbasiert sozusagen. Ganz großartig. Ich habe früher bei GEO gearbeitet, GEO Epoche. Ich würde ungefähr diesen Eindruck bestätigen. Und als Sie gesagt haben, es läuft auf irgendeine Prozentzahl raus, habe ich auch in meinem Kopf versucht zu schätzen, ich wäre auch etwa bei 10, vielleicht 12 Prozent oder sowas gelandet. Also gar nicht so weit von Ihnen entfernt. Warum ist das so? Muss man das bedenklich finden? Also wir hatten bei GEO Epoche immer den Eindruck, das, was Leute an der Geschichte vor allem interessiert und fasziniert ist, dass sie vorbei ist. Das heißt, sie stellt keine Anforderungen mehr. Sie hat keine Handlungsaufforderungen mehr. Es ist abgeschlossen. Man kann es erzählen. Man hat die Geschichten fertig. Man kann dann nochmal neu deuten. Aber es belastet einen nicht. Das ist das Tolle an Geschichte. Für ganz viele nicht analytisch denkende Wissenschaftler, sondern Leser. Die freuen sich darüber. Heißt das, dass sie sich da nicht mit Demokratie beschäftigen? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das Tolle an Demokratie ist, dass sie noch nicht vorbei ist. Und mit der Demokratie beschäftigen sich die Leute jeden Tag. Das heißt, das ist das, was man eben im Politikteil sucht. Daraus sozusagen auf ein Nichtinteresse an Demokratie oder demokratische Hintergründe zu schließen, wäre, glaube ich, falsch. Ich glaube eher, das findet statt, aber in anderen Bereichen. Und dann wird immer punktuell geschaut, hey, was kann ich denn aus der Geschichte dazu lernen? Was ich allerdings auch glaube, dass sich das gerade fundamental verändert. Die Reproduktionsbedingungen der Demokratie sozusagen verändern sich auf so viele Weise, medial, ökonomisch etc., dass sozusagen Demokratie gerade ganz heiß ist und vielleicht die Geschichte der Demokratie einem vielleicht zurzeit auch gar nicht so viel sagt. Ich kann diese These gleich gerne noch ausführen. Aber das wäre jetzt erstmal so meine erste Reaktion auf Ihren, wie ich fand, sehr spannenden Vortrag. Und danke, dass Sie uns die Zahlen offenbart haben. Jetzt können wir unsere eigenen angucken und sehen, wie wir da so dastehen. Ja, vielen Dank auch schon mal für die These. Ich nehme das mal als Cliffhanger mit in die weitere Debatte. Aber erstmal die Frage an Professor Mayer, der ja der Nichtjournalist hier in diesem Panel ist. Der Einzige, Sie haben ja allein mehr Erstellungsmerkmal und dürfen natürlich auch erstmal kritisch vielleicht auf das Präsentierte schauen. Denn, Herr Kellerhoff, Sie haben ja gesagt, Sie machen das, weil das Publikumsinteresse nicht so groß ist. Bevor Sie den Satz gesagt haben, dachte ich, naja, gut, offenbar haben Sie sich redaktionell entschieden, nur sechs Prozent oder in dieser Marge zu schreiben. Aber Herr Mayer, vielleicht Ihre Einschätzung, gibt es da sozusagen einen blinden Fleck im Journalismus? Nein, also ich muss mich outen, insofern, als ich zu diesen sechs Prozent Nutzern gehöre, die bei der Welt digital entsprechend präsent sind am Abend. Und ich bin immer erstaunt, dass ich Herrn Kellerhoff so oft lese, wenn ich Zeit habe. Natürlich sind es oft ja größere Artikel und dann muss man gucken, was steht am Ende, ist es noch interessant, den ganzen Artikel zu lesen und so weiter, wie man so vorgeht. Das mache ich aber allerdings bei anderen Tageszeitungen auch, weil ich meine, als Politikwissenschaftler muss man sich breit aufstellen, vor allen Dingen, wenn man öffentlich auftritt. Aber bei meinen Studenten ist es so, wenn ich Geschichtsthemen anbiete, zum Beispiel, es gibt natürlich auch Themen, die einen besonders interessieren, etwas hier ins Haus gehört, deutsche Gesellschaft, deutsch-deutsche Thematiken. In Bonn hatte das unterschiedliche Konjunkturen, in den Nullerjahren deutlich mehr als gegenwärtig. Und es gibt natürlich dann auch Spezialthemen, die ich parat habe, wo ich am Ende meiner Amtszeit dann gesagt habe, das muss ich jetzt aber doch mal anbieten. Wir sind ja in Bonn eine provinzpreußische Angelegenheit und wenn man also Preußen anbietet, denkt man, ah, das ist natürlich attraktiv. Nein, kommen zehn, zwölf Leute und das ist dann natürlich für den Interessierten eine Enttäuschung. Allerdings, wie gesagt, auch in den 90er Jahren war dann Jugoslawien und die historische Betrachtung des Konfliktes. Also alles, was mit Konflikt zu tun hat, war attraktiv in der Politikwissenschaft. Und ansonsten kann man natürlich sagen, Demokratiegeschichte ist in der Politikwissenschaft insofern immer vertreten, als Politikwissenschaft ja auch von der Gründung her als Demokratiewissenschaft gilt oder galt. Insofern haben wir natürlich viele Themen, die heute angesprochen wurden. Auch die in dem letzten Panel, wenn da behauptet wurde, die Werteordnung würde über die Kirchen und die Religionen vermittelt, würde ich natürlich hier widersprechen und sagen, natürlich gehört es ganz essentiell dazu, dass man über die Werte innerhalb der Politik und Sozialwissenschaft spricht und sich austauscht, denn das ist essentiell. Also insofern, Demokratiewissenschaft ist präsent, Demokratiegeschichte, wenn man es im engeren Sinne nimmt, Gründung der Bundesrepublik in Bonn war das natürlich in den 50er, 60er Jahren das große Thema von namhaften Politologen. Aber das hat sich in der Zwischenzeit etwas gegeben. Wobei ich gerade denken musste, natürlich ist das, was wir da in den Zeitungen, Zeitschrift, Magazinen sehen, auch in anderen Medien, vielleicht einfach auch nur Spiegel dessen, was wir insgesamt feststellen. Auch ein Grund, warum es diese Konferenzen gibt, warum es die Initiative der Bundesregierung in diesem Zusammenhang gibt, ist ja eigentlich mehr Scheinwerferlicht zu werfen auf die Demokratiegeschichte, weil wir uns ja auch angewöhnt haben, die deutsche Geschichte ex negativo, also aus den Katastrophen heraus zu verstehen. Wir hatten das ja zuletzt wirklich bei den hundertjährigen Jubiläen, den verschiedenen, die es gab, um die Gründung der Weimarer Republik und auch das Bemühen des Bundespräsidenten, ja durch verschiedene Reden zu sagen, nein, wir müssen das auch mal als zumindest am Anfang glückliche Versuchsgeschichte, als Neustart begreifen. Und ich hatte zumindest den Eindruck, dass das journalistisch auch einen Niederschlag gefunden hat, dass man auf einmal diese Demokratiegeschichte, die Geschichte der Errungenschaften, was auch soziale Grundrechte und dergleichen anging, dass die auf einmal viel mehr Präsenz hatte, weil man sich gemeinsam auch offenbar entschieden hatte, gesellschaftlich, wir wollen da auch mal genauer hingucken. Wie war das in der Welt? Hatten Sie da auch ein bisschen mehr Niederschlag? Genau, weil wir das auch so gesehen haben, habe ich mit meinem damaligen Innenpolitik-Kollegen, Lars Bruder-Karl, heute Leiter unseres Unternehmensarchivs, ein Buch geschrieben, das hat den Titel Lob der Revolution, die Geburt der Demokratie in Deutschland. Und das war also ganz genau der Versuch, in die Zeit 1918-19 zurück zu projizieren, was heutzutage an Gott sei Dank etablierter, hoffentlich auch für die Zukunft stabiler demokratischer Institutionen bereits auf 1918-19 zurückgeht, teilweise noch bis 1920. Und das war dann auch etwas, das ist immer so bei unseren Büchern, was sich in entsprechenden Artikeln auf dem Kanal wiedergespiegelt hat. Die haben wir alle gemacht, obwohl das Leseinteresse nicht so hoch war, wie es gewesen oder hätte sein können, wenn wir andere Artikel gemacht hätten. Also wir machen diese Artikel, weil wir sie für wichtig halten, ganz im Sinne von Herrn Mayer, ohne Rücksicht darauf, dass wir absehbar damit weniger Resonanz machen, weil wir die redaktionelle Entscheidung treffen, es zu machen. Wir wissen vorher, dass wir wahrscheinlich bei diesen Artikeln, ich sage nochmal das Beispiel Isabel Schwarzhaupt, immerhin die erste Bundesministerin. Und das war kaum messbar. Obwohl es ein spannend geschriebener Text einer klugen Volontärin war, die sich auch sehr engagiert hat. Dann haben wir Hildegard Hambrücher versucht und ich finde sie eine unglaublich, ich habe sie nie kennengelernt, aber ich finde sie eine unglaublich tolle Person mit ihrer ganzen Geschichte von Umfeld Weißen Rose, dann das, was sie aufgebaut hat, dann ihr Weg in die Spitzenpolitik, die Rede im Bundestag am 1. Oktober 1982, die wir wahrscheinlich alle gehört haben oder jedenfalls an die wir uns ex-post erinnern. Eine wahnsinnig eindrucksvolle Frau hat so gut wie keine Resonanz gefunden. Tut natürlich ein bisschen weh, wenn ich die redaktionelle Entscheidung treffe. Meine Arbeitszeit, die ja auch begrenzt ist, da rein zu investieren, aber wir tun es trotzdem. Aber im Ergebnis tun wir es natürlich nicht bei solchen Resonanzen so oft, wie wir es rein theoretisch tun könnten, weil wir dann irgendwann auch sagen müssen, wir müssen Rücksicht nehmen auf das Publikum. Also ich sagte ja, ich bin dagegen, dass Journalisten ihr Publikum zu erziehen, zu pädagogisieren versuchen. Was wir allerdings tun können und dürfen und sollten ist, die Erwartungen des Publikums immer noch ein bisschen im Niveau nach oben an den Rand zu treiben und vielleicht ein bisschen drüber hinaus, um das Publikum so in so einer Art Trainingseffekt dazu zu bringen, aber nicht erzieherisch. Also ich hoffe, dass das klar wird, dass ich da einen Unterschied sehe. Das Publikum dazu zu bringen, vielleicht ein paar mehr Entscheidungen, die wir redaktionell für bestimmte Themen treffen, auch so wahrzunehmen. Und dafür ist die Datenbasis einfach zu niedrig, um jetzt sagen zu können, ob das was gebracht hat. Da würde ich mich zurückhalten. Zumal ja die Zutaten eigentlich da sind. Also gut, wenn Sie jetzt gerade Porträts hier von interessanten Persönlichkeiten darstellen, da vielleicht ein bisschen weniger. Wobei auch da letztendlich ist ja auch die Demokratiegeschichte eine Konfliktgeschichte. Also wenn das sozusagen der Selling Point ist, ja, es muss krachen. Wir haben ja an verschiedenen Punkten, nehmen wir die Weimarer Auseinandersetzung im Beginn der Weimarer Republik, nehmen wir die 48er Revolution bis 89, 90. Da ging es ja auch immer um was. Da gab es ja Gegensätze. Also eigentlich müsste das doch funktionieren. Und warum funktioniert es denn doch nicht? Oder Frau Rennefanz, ich weiß nicht, wer sich berufen fühlt und schon Antworten hat. Ich kann dazu was sagen. Ich wollte noch auf was anderes eingehen. Eigentlich was so der Impuls ist, sich heute journalistisch mit Demokratiegeschichte auch zu befassen. Und vielleicht komme ich dann noch auf die Beantwortung dieser Frage. Es ist ja schon auch aus so einer gegenwärtigen Sorge heraus. Also wir haben das Gefühl, irgendwie das Land fliegt uns auseinander. Es gibt irgendwie so viel Hass wie nie. Funktioniert die Demokratie eigentlich noch? Also gerade dann auch mit Blick immer auf die USA und dann spiegelt man, das kommt, das drohen uns amerikanische Verhältnisse. Wie stabil ist die Demokratie eigentlich? Und dann guckt man natürlich in die Geschichte und gerade bei unserer Zeitung mit einer sehr ostdeutschen Geschichte, einem ostdeutschen Blick, schauen wir natürlich dann auf die DDR-Erfahrung, auf die friedliche Revolution. Und da habe ich jetzt schon auch das Gefühl, dass die friedliche Revolution nicht so richtig, also das Positive, dass das etwas ist, worauf man stolz sein kann, dass das nicht so im deutschen Bewusstsein verankert ist. Im Osten wie im Westen aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die westdeutsche Demokratiegeschichte eher, also mit so einem Wirtschaftswunder, also mit so was Wirtschaftlichen verbunden ist, als jetzt mit einer, ja mit so einer, mit so einem bürgerlichen Empowerment, sag ich mal. Und gerade was so 89, 90 passiert ist, also würde ich auch sagen, da gibt es auch ein Problem in der medialen Vermittlung. Also ganz lange wirkt es so, als hätte Helmut Kohl jetzt mal etwas polemisch gesagt, die Mauer zum Einstürzen gebracht. Und das wurde auch reproduziert in so einer, konservativen Erzählung. Und erst so langsam bricht das auf in den letzten Jahren, würde ich vielleicht sagen. Und ich finde es eigentlich dann schon, ich bin auch keine Aktivistin als Journalistin, aber ich finde schon, dass auch immer so total erhellend diese Momente der deutschen Demokratiegeschichte, wir hatten zum Beispiel in der Schule die Märzrevolution, dazu hatten wir fast nichts, das musste ich mir alles anlesen. Und auch so die Kämpfe in der Weimarer Republik, also diese vielen Ansätze von Demokratie, die es schon gab, das war mir nicht so bewusst. Und da finde ich, das ist dann auch eine Aufgabe von Journalismus, das zu vermitteln. Naja, wenn man als Journalist über die journalistische Vermittlung von Demokratiegeschichte redet, muss man ja immer daran denken, dass man so ein bisschen in der Lage auch von Politikwissenschaftlern, Politikwissenschaft als Demokratiewissenschaft, Journalismus, zumindest im Nachkriegsdeutschland, hat sich überwiegend immer auch als sozusagen demokratischer Journalismus verstanden, als Teil der Demokratie. Wir wollen dazu beitragen, dass die möglichst stabil ist. Und das hat sich, das sagen Sie ja gerade, das hat sich nochmal sehr stark verstärkt in den letzten Jahren. Das klingt natürlich erstmal toll, ist glaube ich aber ein Krisenphänomen. Denn eigentlich sucht auch der Journalismus gerade nach neuen Aufgaben, die er in der Form nicht mehr hat. Und deswegen würde ich gerne mal ganz kurz einen kleinen Schlenker machen, sozusagen so ein ganz bisschen Demokratiegeschichte des Journalismus. Bis vor wenige, also ich habe in den 80ern meine Ausbildung an Journalist gemacht und damals galt eigentlich noch, dass die Öffentlichkeit im Medium der Redaktionen repräsentiert war. Alles, was in der Öffentlichkeit erschien, war vorher in Redaktionen, durch Redaktionen gegangen. Also man kann regelrecht dazu sagen, Demokratie war Repräsentation durch Redaktionen. Selbst ein Leserbrief musste erst noch von einem Redakteur, meistens waren es Männer, sozusagen abgenickeln, sozusagen noch die Kritik wurde auf diese Weise reingebracht. Das war unsere Öffentlichkeit. Und es führte keinen Weg dran vorbei. Atlanten waren vorher Redakteure dran. Telefonbücher waren vorher Redakteure. Überall. Es hat sich radikal geändert. Radikal geändert. Journalismus ist nicht mehr sozusagen, ist nicht mehr, Gatekeeper sagt man, ist nicht mehr, also Redaktion ist nicht mehr die Repräsentationsform dieser Demokratie. Und das hat, glaube ich, dramatische Auswirkungen, auch darauf, wie sich Journalisten verstehen und was sie tun sollen. Und das, was Sie angesprochen haben, Journalisten, Journalistinnen, Journalistinnen, die zunehmend zu aktivistischen Haltungen, Aktivitäten greifen, ist ein Teil der Reaktionen oder der Suche danach, welche Rolle hat denn dann der Journalismus und vor allem Redaktionen, also organisierter Journalismus in der Demokratie, wenn es diese angestammte Form nicht mehr ist, die natürlich auf ökonomischen Knappheitsbedingungen beruht hat. Information war knapp. Journalisten hatten den Zugang. Paul Seete 1962 hat gesagt, Pressefreiheit sind 200 reiche Menschen, die sich eine Zeitung leisten können. Das hat sich natürlich dramatisch alles verändert. Wir haben eine Öffnung der Öffentlichkeit. Und deswegen haben wir sozusagen, wenn wir über Demokratiegeschichte sprechen, müssen wir auch über Journalismusgeschichte sprechen, glaube ich. Und da verschiebt sich gerade enorm viel. Hochinteressant. Also ich sage das gar nicht in pessimistischer Haltung, sondern es ist eher spannend. Das klingt doch überhaupt nicht pessimistisch. Ich bin auch nicht pessimistisch, was den Journalismus angeht. Aber das sind halt eben, wir sind sozusagen, wir Journalistinnen, Journalisten sind in diese Geschichte verwoben. Jetzt bin ich gespannt, wie pessimistisch Herr Kellerhoff ist. Vollkommen richtig, liebe Kollegen, was Sie sagen. Auch ich habe, als ich 1993 in den Journalismus eingestiegen bin, ich bin also ungefähr zehn Jahre nach Ihnen dran gewesen, Gott, Sie machen mich aber gerade alt. Von mir aus vielleicht fünf Jahre älter. Einigen wir uns auf zwei. Einigen wir uns auf zwei, akzeptiert. Die Zeit vor dem Internet, gleichermaßen. Genau, in beiden Fällen, genau. Da war genau dieses Gatekeeper-Prinzip das, was mir in der ersten Vorlesung präsentiert worden ist. Und ich habe gerade zufälligerweise letzte Woche am Koma See Vorträge zur Zukunft des Journalismus gehalten und zeige dann ein Schema, nicht genau das, was mir 1990 oder so in der Vorlesung gezeigt wurde, aber ein ähnliches vom Gatekeeper-Prinzip. Und danach zeige ich ein Bild eines Wollknäuels. Früher das Modell Medien, heute das Modell Medien. Ist natürlich unscharf, ist mir schon klar, aber wir Journalisten, ich spreche dann immer von professionellen Journalisten, haben eine vollkommen gewandelte Funktion. Jetzt spreche ich nicht nur von Geschichtsjournalisten, sondern von allen. Früher waren wir tatsächlich die Schleusenwärter, die Gatekeeper. Und heute sind wir idealerweise und sollten wir sein, die Lotsen im Informationsstrom. Wir haben den Geschwindigkeitswettbewerb mit Twitter, mit Facebook, mit Instagram und all den anderen Diensten, aktuell Telegram und TikTok. Ich weiß es immer nicht genau. TikTok. Ich bin da nicht dabei. TikTok ist was anderes. Genau, das ist Pfeffermünz. Das haben wir längst verloren. Das damit konkurrieren zu wollen, ist Unsinn. Also müssen wir eine neue Funktion und haben wir auch eine neue Funktion, jedenfalls in größten Teilen des Journalismus, des professionellen Journalismus in Deutschland gesucht. Und das ist eben auf ganz unterschiedliche Arten, bei vielen Medien in unterschiedlichen Ausprägungen, das ist völlig in Ordnung im pluralen System, Lotsen im Informationsstrom. Die Nachrichten als solche sind weniger geworden, wenn Sie sich gedruckte Zeitungen angucken und wenn Sie sich abseits der Newsfeeds auch die Online-Dienste angucken und mehr geworden sind die Analysen, die Einordnungen, die Interviews, was Sie angesprochen haben mit Akteuren beispielsweise der Friedlichen Revolution. Das hat sehr deutlich zugenommen. So muss sich jetzt Journalismus weiterentwickeln. Das ist allerdings ein gesamtjournalistisches Phänomen und ich würde das differenzieren von dem Thema, über das ich gesprochen habe, Geschichtsjournalismus im engeren Sinne und Demokratiegeschichte in der geschichtsjournalistischen Praxis. Wobei das Interessante natürlich die Wechselwirkung sein könnte, die es da auch dargibt. Ja, ich glaube, das ist die Selbstidealisierung des Journalismus, die Sie gerade beschrieben haben. Wir als Lotsen im Informationsstrom, das sind wir teilweise noch und durchaus auch in demokratischer Absicht, ganz klar. Nur um uns herum, das Knoll ist vielleicht gar kein so schlechtes Bild. Ich glaube, wir haben noch kein gutes. Wir sind aber natürlich tatsächlich nicht mehr die allein bestimmte Kraft der Öffentlichkeit. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass sich auch noch die Finanzierungsgrundlagen des Journalismus radikal ändern, ob wir nicht auch in Teilen Teil des Problems sind und nicht nur der Lösung. Und wir stellen uns gerne als allein die Lösenden dar, nämlich im Sinne von, ja, wir lotsen euch durch dieses unübersichtliche Mehr. Aber die Leute wollen nicht mehr... Also, weil es einfach so viele andere Angebote gibt. Und weil die Medien ja auch, wenn wir das jetzt so ein bisschen breiter aufstellen, also ich habe gerade an diese Szene mit Böhmermann und Lanz gedacht, haben Sie sicher alle gesehen, wo... Man kann das vielleicht kurz rekapitulieren für die, die es nicht gesehen haben. Es war eine Debatte letztendlich über die Verantwortung im Journalismus und was eigentlich sozusagen, ja, was die richtigen Fragestellungen sind, die richtigen Zusammensetzungen. Sie können wen nicht. Und das hat ja dann letztlich, das berührt dann schon auch demokratietheoretische Fragen, wenn der Journalist sagt, okay, diese Meinung, die ist so wenig relevant, dass ich diese Person auch gar nicht mehr einlade. Und dadurch, also das ist dann so eine übersteigerte Gatekeeper-Funktion, die aber heute, glaube ich, nicht mehr so, also die nicht mehr so richtig funktioniert oder die zu diesem Gefühl der Spaltung der Gesellschaft extrem beiträgt. Also ich fand das irgendwie total problematisch, was der Böhmermann da gesagt hat. Ich sehe das anders. Ich finde, wir müssen mit den Leuten reden, auch wenn die schwierig sind, auch wenn die Meinungen haben, die uns nicht passen, solange sie auf dem Grundgesetz stehen und nicht kriminell sind, muss man mit den Leuten reden, auch wenn es unangenehm wird. Das haben wir im Journalismus auch ganz selbstkritisch, würde ich sagen, viel zu lange nicht gemacht. Ja, aber das ist doch interessant, da ist eine Debatte, Lanz, Di Lorenzo, Böhmermann. Böhmermann haut ein Ding raus, nämlich die falschen Meinungen sollen in der Öffentlichkeit nicht mehr vorkommen, ohne natürlich die Antwort zu haben, darauf wäre das dann der eigentlich bestimmt. Und das ist das, was medial durchgeht. Und ich meine, Böhmermann ist der Chef-Stewart auf dem Polarisierungsdampfer. Also der ist sozusagen, das setzt sich dann am Ende durch. Das ist natürlich schon auch problematisch. Jetzt will ich der Spielverderber sein von dem spannenden Jan Böhmermann zum Stichwort Demokratiegeschichte zurückkommen. Aber es gibt da aber auch Verbindungslinien, weil ich mich auch gefragt habe, Frau Rennefans, wenn Sie ja gerade eben schon mal so einen Ansatz von Kritik geäußert haben, wie ist Geschichtsvermittlung und wie wird die auch transportiert mit Blick auf 89, 90, so die Meistererzählung, die große Männer machen Geschichte, erst irgendwo vor Ort und dann später noch in der Sauna. Und wie haben Sie denn, also vielleicht ist das da schon auch schon absehbar, was Sie angesprochen haben, die Möglichkeiten der Interaktion. Haben Sie da auch bei der Berliner Zeitung beispielsweise über Leserinnen und Leser Kommentare und bitten, erzählt das doch mal anders, auch diese Impulse bekommen, das anders zu erzählen? Ja, also wir haben eigentlich immer mal wieder, also wir haben so eine ganz aktive Leserschaft, die bei diesen Themen eigentlich immer sehr, ja, sehr viel Resonanz bietet. Also wir hatten zum Beispiel so ein Auf, also wir haben so mit diesen Aufrufen, das ist jetzt gar nichts super Neues oder Revolutionäres, aber diese Aufrufe, wo waren sie 1989, da haben wir zum Beispiel 2019 sehr viel tollere Resonanz bekommen als zwei, also noch zehn Jahre davor 2009, weil man auch so das Gefühl hat, die Leute können nach 30 Jahren anders auch erzählen über ihre eigenen Erlebnisse. Also es gibt ja so diese These, man soll als Schriftsteller kein Buch schreiben über Ereignisse, die näher als 15 Jahre liegen. Vielleicht ist das so beim persönlichen Erzählen, erzählen über Dinge auch so und da kommt ganz viel, aber das ist natürlich auch ein Unterschied. Man muss dann immer achten, darauf achten, Zeitzeugen sind natürlich auch ja nicht immer die zuverlässigsten, aber ja, wir haben verschiedene Podcasts gemacht, aber so diese Leseaufrufe, das funktioniert bei uns immer noch ganz gut, hat sicher mit der Altersstruktur der Leser auch ein bisschen was zu tun. Inwiefern? Na, wir haben natürlich wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk eher eine Altersstruktur von Leuten, die die DDR noch aktiv auch miterlebt haben als Erwachsene oder vielleicht sogar schon ihr ganzes Leben dort gelebt haben und wir haben immer wieder auch so, als jetzt zum Beispiel diese Entscheidung getroffen wurde, Paulskirche als Erinnerungsort für Demokratie auszubauen, da haben wir natürlich dann sofort die Leute, den ostdeutschen Historiker, der dann sagt, wo ist der ostdeutsche Erinnerungsort, wo ist die Gethsemane-Kirche, warum wird das nicht erinnert und das finde ich natürlich, also das sind dann schon so valide Punkte und das sind dann Sachen, die vielleicht auch nur in der Berliner Zeitung stehen können. Aber Resonanz finden dann auch. Die dann auch eine Resonanz finden. Ich glaube, das ist interessant, also vielleicht, ich nehme gerne auch nochmal diese Frage, auch die Veränderung, ja, wie sich auch Medien verändern müssen, auf, aber vielleicht nochmal kurz bei diesem Thema, dieser Punkt der Historisierung, also ab wann Geschichten dann auch diesen Charakter haben, wie Sie es vorhin beschrieben haben, dass sie abgeschlossen sind, ja, wir haben natürlich jetzt, wir sind ja alle hier im Raum und im Livestream, weiß ich nicht, vielleicht haben wir auch jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, aber wir sind ja alle auch in gewisser Weise Zeitzeugen gewesen, von 89, 90, aber gleichzeitig ist es mittlerweile doch so weit weg, dass man sich selbst auch schon ein bisschen historisieren kann und den Weichzeichner ansetzen kann, der ja auch immer ganz hilfreich ist und angenehm, auch mit Dingen umzugehen. Also ich glaube, der Weichzeichner ist eher nicht das Problem, wenn man nach 20, 30, 40 Jahren drauf guckt, der Weichzeichner ist eher das Problem, wenn man in einer sehr kurzen Zeitspanne drauf schaut. Beispiel NS-Geschichte nach 1945, als die Deutschen, immer in Anführungszeichen gesetzt, bitte sich plötzlich vor allem als Opfer des Krieges fühlten, als Opfer von Hitler, Himmler, Heidrich und Co. Das hat sich natürlich verändert mit dem rein biologischen Herauswachsen dieser Generation und es ist ein Problembewusstsein entstanden. Grundsätzlich würde ich zum Thema der Historisierung sagen, dass der vielleicht größte Vorteil des Historikers ist, dass sein Publikum zwar älter ist, aber nicht ausstirbt, denn es wächst nach. Junge Menschen, jüngere Menschen, Menschen, die im Berufsstaat sind oder die in der vollen Phase des aktiven Berufslebens sind, haben in aller Regel nicht die geistigen Kapazitäten und das liegt überhaupt nicht daran, dass sie zu dumm wären, im Gegenteil, die machen halt sehr viel andere Dinge, um sich mit Vergangenheit zu beschäftigen. Wenn sie dann aber mal, sagen wir mal 40, 50 oder gar 60 geworden sind, blicken sie auch auf ihr eigenes Leben ein Stück weit zurück und sofort kommt nach meinem Eindruck und auch nach einer zugegebenermaßen jetzt schon 16 Jahre alten Umfrage, die wir mit dem ZDF damals zusammen gemacht haben mit der Forschungsgruppe Wahlen, kommt dann automatisch ein stärkeres Bewusstsein für Geschichte. Also von daher ist mir die ganzen Untersuchungen über mangelndes Geschichtswissen der Schüler sind zwar alle nicht schön und ich finde es schrecklich, wenn Ulbricht für einen Politiker der alten Bundesrepublik gehalten wird, da gruselt es mich natürlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das mit der Zeit auswächst und sobald Menschen auch anfangen, auf ihr eigenes Leben zurückblicken zu können, interessieren sie sich auch mehr für historische Themen, für die Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben. Eins wollte ich noch sagen, Männer, gar große Männer machen Geschichte, das ist nach meinem Eindruck und ich bin nun Historiker und Journalist, eigentlich schon seit den 70er, 80er Jahren ziemlich erledigt und unser Prinzip bei Weltgeschichte ist, Menschen machen Geschichte, das ist natürlich einerseits Männer, Frauen, klar, von Frauen gibt es aus früheren Zeiten sehr viel weniger Quellen, sehr viel weniger Aktivität, einfach weil sie weniger aufgezeichnet worden ist, weil sie weniger dokumentiert worden ist, weil sie weniger in entsprechenden Funktionen früher tätig waren, das kann man nun mal nicht mehr ändern, aber grundsätzlich ist es so, Menschen machen Geschichte und Menschen durchleiden Geschichte und Publikum interessiert sich dann für historische Themen, wenn es um Menschen geht. Strukturen sind fürs Publikum uninteressant, lieber Herr Mayer, das ist furchtbar vielleicht für den Wissenschaftler, ich habe das auch mit Hans-Ulrich Wähler, dem einem der ganz Großen der Strukturgeschichte mal so angesprochen, aber Strukturen interessieren das Publikum nicht, die sind wichtig für Wissenschaftler, gar keine Frage, aber Menschen wollen hören über andere Menschen, Menschen wollen lesen von anderen Menschen, wie ihre Gefühle waren und da, wo wir das als Historiker und als Journalisten zeigen können, da haben wir eine Chance auf Resonanz. Aber es ist andererseits so, dass natürlich ein Unterschied besteht zwischen Journalismus und Wissenschaft, das ist ja klar. Insofern kann man das eine tun, das andere nicht lassen. Also Strukturen, wenn die entstehen, zum Beispiel autoritäre Gesellschaften, wenn man sieht, wie die aufgebaut werden oder wenn man in Amerika sah, wie der Präsident sich neu darstellt und so weiter, das sind schon Strukturen, die wichtig sind, die man identifizieren muss. Was wir in unserer Veranstaltung heute tagsüber auch gehört haben, war aber auch ein Mangel an historischem Wissen bei Schülern. Ja, wurde insbesondere auch aus den Bundeswehrkreisen festgestellt, dass man da Leute bekommt, die immer weniger entsprechendes Wissen haben und wie stark wird dieses Wissen vermittelt. Darüber wurde zu Recht gesprochen. Den Eindruck, dass das Wissen oberflächlich wird, wird ja oft auch auf die Medien zurückgeführt, weil die eben nicht diese 6% Demokratiegeschichte darstellen, sondern diese 94%, beziehungsweise natürlich viel weniger, aber immerhin viel Entertainment und sonstige Dinge. Das heißt also, die Ablenkung ist groß und daran sind schuld die Medien, ja, die Medien schlechthin. Hinzu kommt die Internetablenkung, sodass natürlich heute als Problem durchaus diese Wissensfragen im Raum stehen, beziehungsweise die Nichtwissensfragen und die Unfähigkeit, Dinge einzuordnen. Wir haben ja auch Probleme, auch angeschnitten mit dem Internet, wie man damit umgeht, ja, und wir sehen ja, dass die Leute überfordert sind. Wir haben das auch schon gesehen beim Fernsehkonsum. Wir haben ja kolossale Fernsehfrequentierungszeiten, ja, und die Vielseher sind ja diejenigen, die am wenigsten wissen, ja. Das heißt also, man braucht eine gewisse Strukturierungsbegabung oder Fähigkeit, um die Dinge richtig sortieren zu können. Von daher gibt es also eine journalistische Verantwortung, die Dinge entsprechend darzustellen und zu kommunizieren. Und insofern ist also Strukturbildung und Männer und Frauen und so weiter, da zu porträtieren, ist kein, nicht unbedingt ein Widerspruch. Ich musste denken, bei Männer machen Geschichte auch an das, was man vom Springerhoch aus sieht, die drei Büsten, Kohl, Gorbatschow, Busch. Also so eine gewisse Affinität gibt es, glaube ich, auch in der Nähe ihrer Redaktion. Die Frauen klicken ja auch nicht gut, haben wir auch schon gelernt. Aber gut, Geschichte ist aber überwiegend auch ein männliches Interesse. Ja. Das kommt hinzu. Also ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf und unsere Umfrage von 2005 müsste ich nachgucken, aber mir schwebt sowas wie etwas über zwei Drittel bei Männern vor. Ja, wenn, wenn, also an dem diplomatischen Prozess der deutschen Einheit war Condoleezza Rice beteiligt, aber sie war, glaube ich, die einzige, korrigieren Sie mich bitte, politisch führende Frau. Maggie Thatcher? Maggie Thatcher war eher dagegen. Ja, aber sie war ja trotzdem beteiligt. Okay, in dem Sinne war sie natürlich beteiligt. Ja, vollkommen richtig. Ich meine, im Sinne einer Positivgeschichte, die wir erzählen wollen, müsste man sich weglassen. Ich würde sagen, Maggie Thatcher hätten wir in dem Zusammenhang als Kopf wahrscheinlich nicht aufgestellt, in anderen Zusammenhängen sehr gerne. Vielleicht kommt die auch noch, ich weiß es nicht. Aber ansonsten ist es tatsächlich, so Herr Kulik hat das, glaube ich, vorhin gesagt, in der Geschichte haben Männer aus uns allen bekannten Gründen immer, sagen wir, bis Mitte des 20. Jahrhunderts oder sogar bis Mitte der, bis letztes Viertel des 20. Jahrhunderts. Und sind das nicht noch eher die Bösewichte, die interessieren? Auch das. Also, dass es nicht sowieso generell so ein Überhang an Hitler und Stalin irgendwie größeres Interesse hervorrufen, als jetzt, die mir auch sofort als Namen einfallen, als jetzt irgendwie die positiven Beispiele. Das ist doch auch ein Problem. Ganz klar. Professor Mayer hat das am Anfang der Tagung gesagt, only bad news are good news. Das kann man natürlich auch übertragen auf die Geschichtserzählungen, dass man sagt, die Negativerzählungen sind diejenigen, die am besten zünden. Aber ich würde gerne mal diesen Gedanken aufnehmen. Herr Mayer, das klang bei Ihnen gerade so tendenziell pessimistisch. Ich versuche gerade mal vielleicht mit Hilfe von Herrn Kulik einen positiven Twist reinzukriegen, auch was die Veränderung der Medienangebote angeht. Wenn wir uns angucken im Bereich der Podcast beispielsweise, sehr erfolgreich sind Geschichtspodcasts. Und wir wissen, Podcasts, das wird vor allem möglicherweise eher von jungen Männern, das weiß ich nicht bei Geschichtspodcasts, aber auch eher von jüngeren Leuten abgerufen. Das heißt, das Interesse ist ja da, offenbar. Ist es eine Frage der Formate möglicherweise auch? Ja, das Interesse ist enorm da. Und wir haben ja paradoxe Entwicklungen, die ich wahrnehme. Wir haben einerseits natürlich eine Schwächung des institutionalisierten Journalismus, auch aufgrund der Umstellung der Finanzierungsgrundlage. Wir stellen gerade massiv quasi in allen Bereichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus, um von Anzeigenfinanzierung auf Leserfinanzierung. Das verändert den Journalismus sehr stark. Wo sind die Themen, wie ist die Themenausrichtung, wie werden Themen aufgegriffen, wie sehen die Zielgruppen aus. Da will ich gar nicht im Detail darauf eingehen. Aber das ist ein struktureller, Journalismus war immer beherrscht von zwei Dingen, Technologie und Finanzierung. Und beides ändert sich gerade dramatisch. Und deswegen verändert sich das. Wir gehen, da gibt es die Schwächung des institutionalisierten Journalismus. Das ist nicht unbedingt die Schwächung von Journalismus oder, wie ich es gerne versuche zu sagen, ist das journalistische Prinzip. Wenn man sich anguckt, Rezo, unglaubliche Einschaltquoten, Sie kennen ihn alle, der versucht ganz eindeutig, journalistische Techniken zu verwenden. Der versucht, sich als Journalist darzustellen. Ob das ist, da kann man jetzt lange drüber streiten. Fußnoten und alles, also Belege etc. Er versucht, ein journalistisches Produkt anzubieten. Und er ist nur einer von vielen. Wohin wir, glaube ich, gehen, ist, wir gehen in dezentrale Medien, wo jemand wie Rezo einen Einfluss hat. Mal im Positiven, mal im Negativen. Das Gesamtsystem aus von Wikipedia über ganz, ganz viele Spezial-Sites, über Blogs, über alles Mögliche. Das Gesamtsystem, das wir heute haben, ist, glaube ich, dramatisch viel leistungsfähiger als das, was wir hatten, als sozusagen nur der Journalismus an den Gates stand. Viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Viele unterschiedliche Formen. Sehr unübersichtlich. Und bei allen, glaube ich, steigert das den Verdacht, dass alle anderen nicht die richtige Medien-Diät haben. Früher wusste man, was die anderen lesen. Man hat es nämlich selber auch gelesen. Wir wussten alle, am Montag lesen wir den Spiegel. Und am Donnerstag die Zeit. Heute weiß man nicht mal mehr, wann er erscheint. Genau, weiß man nicht mehr. Wann erscheint der Spiegel? Samstag. Er erscheint Samstag. De facto nicht. Er erscheint nämlich digital freitags. Also der Montagsspiegel ist heute die... Das heißt, wir wissen, wir haben ein Vorhersageproblem als Publikum. Wir wissen nicht mehr, was die andere liest oder konsumiert. Und denken, na dann wird es wohl Mist sein. Ist aber gar nicht unbedingt so. Und was meine ich mit dezentralen Medien? Zwei Beispiele nur. Elon Musk, kennen auch alle, hat kürzlich zum ersten Mal ein Kamerateam auf seine Starbase gelassen, wo er seine Raketen zusammenschrauben lässt. Das ist fantastisch. Wer war das erste Team? Nicht von ABC, nicht von MSNBC, nicht von New York Times, sondern der bekannteste Astronauten-YouTuber, den es gibt. Mit einer riesen Followerschaft, der sich wahrscheinlich besser auskennt in allem als der beste Journalist. Der hat keinen richtig journalistischen Film gedreht, sondern eindeutig auf Knien. Aber trotzdem kann man da wahnsinnig viel erfahren. Ich bleibe bei Elon Musk. Wenn man was über Tesla-Wagen wissen will, wo muss man einschalten? Auf keinen Fall bei der Welt, ganz ehrlich, sorry. Und auch nicht bei Geo und nicht bei Asset, sondern bei Sandy Munro, einem 72-jährigen ehemaligen Ford-Ingenieur, der jedes neue Tesla-Modell bis auf die letzte Schraube auseinanderbaut und sagt, was da drin steckt. Jetzt darf ich mal fragen, woher wissen Sie das? Weil ich mich für so ein Kram interessiere, es tut mir leid. Weil das ist ja genau das Problem der Unübersichtlichkeit. Aber sowas hatten wir nicht. Wir haben an ganz vielen Stellen und für ganz unterschiedliche Leute an ganz unterschiedlichen Stellen extrem guten Inhalt, der teilweise journalistisch aufbereitet ist, teilweise nicht. Extrem unüberlicht. Das Gesamtsystem ist sensationell, aber wir fremdeln extrem damit und aus guten Gründen. Aber daraus leite ich keinen Pessimismus ab, sondern eher, wir müssen lernen, damit umzugehen und überhaupt erst mal Begriffe, Knäuel finden, wie wir das Ganze beschreiben können und dann überlegen können, welche Auswirkungen hat das eigentlich aus unserer Öffentlichkeit auf Demokratie etc. Ja, Fremdeln, versuchen Orientierung zu finden, das sind so Stichworte. Ich finde ja interessant, ich versuche ja immer wieder bei den verschiedenen Panel-Diskussionen, die wir hier heute schon hatten, die Komplexitätsreduzierung und dann immer zu fragen, gibt es irgendeine Story, gibt es eine Erzählung, gibt es etwas, auch gerade jetzt im Kontext auch dieser Großüberschrift, die wir hier haben, Demokratiegeschichte, wo man in dieser ganzen Unübersichtlichkeit mit den ganzen Chancen, die sie bietet, in der Tat, ich gebe Ihnen recht, also heute eine Information zu finden über verschiedene Ereignisse in der deutschen Demokratiegeschichte, ist wahrscheinlich viel einfacher, als es jemals war. Nur, wie stößt man darauf und wie kriegen wir da eine Situation, wo wir nicht kleine Teilgesellschaften haben, wo sich jemand dafür so interessiert wie die Schrauben vom Tesla, wie für die Schrauben vom Tesla, aber 80 Prozent vielleicht nicht und wir aber eigentlich gerne so ein gesellschaftliches Momentum schaffen wollen, wo wir gemeinsame Erkenntniserfahrungen haben? Wir werden, glaube ich, dafür nicht den Einwegweiser finden und haben. Dieses System bietet sich dafür nicht mehr an. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir daraus, das ist, das ist aber, wie soll man sagen, das unterminiert nicht unbedingt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, obwohl ich eigentlich mit dem Begriff gar nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, genau was das bedeutet, sondern wir sollten vielleicht uns gegenseitig das Vertrauen unterstellen, dass die anderen nicht nur an Fake News oder Unsinn interessiert sind und wir von den anderen lernen können. Wir sollten sozusagen so ein bisschen unsere grundkritische Haltung gegenüber diesem neuen System zurückstellen, um die vielen Möglichkeiten zu sehen. Ich weiß, das klingt ein bisschen blauäugig und ich könnte jetzt auch die ganze, wir haben auch ganz viele Probleme damit, das will ich gar nicht ausschließen, aber es ist kein Anlass, irgendwie uns was anderes zurückzuwünschen. Und wir sind die extra zu fünftigen, die verschiedenen Perspektiven haben, Herr Mayer. Ich möchte trotzdem, auch wenn ich da rückständig gelte, vielleicht ganz heftig widersprechen. Ich finde, die Aufgabe des Qualitätsjournalismus ist doch genau sozusagen diese Fühler auszustrecken, die sie uns da vorgeführt haben, dass man da in was weiß ich was für Kanälen unterwegs ist und vermittelt, dass da irgendwie was ganz Interessantes passiert. Das ist die Aufgabe von einem anspruchsvollen Medium und wenn das nicht mehr leistet, sondern im Gegenteil die Zeitung auf 16 Seiten kürzt wie aktuell die Welt, dann finde ich, ist das eine Verarmung und eine Reduktion von Komplexität, wie wir sie aber nicht haben wollen. Und insofern, natürlich kann man noch mehr Zeitungen lesen und alles Mögliche dazunehmen, aber ich finde, der Anspruch muss schon sein, dass man eine komplexe Information für doch ein gewisses finanzielles Investment bekommt. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern die Situation zu unübersichtlich ist, dann läuft da was schief. Dann habe ich mich ein bisschen zu radikal ausgedrückt. Ich glaube, innerhalb dieses Systems wird es viel Platz für richtig guten, hochwertigen, komplexen Journalismus geben, der genau in Teilen diese Funktionen auch erfüllt, die Sie beschreiben. Also ich sehe da auch viele, die das auch schaffen. Die Zeit wird da schaffen, der Spiegel wird da schaffen. Die werden weiterhin hochwertige journalistische Angebote und viele andere auch im digitalen Raum anbieten können, die genau, Herr Mayer, das auch bieten werden, glaube ich, was Sie verlangen und wie ich finde, auch zu Recht verlangen. Nämlich so ein bisschen panoramamäßig uns eine Vorstellung von der Welt geben, die nicht auf einzelne Einzelteile beschränkt ist. Also ich bin da gar nicht pessimistisch. Das werden nicht alle schaffen. Und ich mache mir große Sorgen zum Beispiel um Lokaljournalismus. Das wäre nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, weil da die Finanzierungsgrundlagen sehr schwierig sind, gibt es neue Modelle. Aber da mache ich mir wirklich, da mache ich mir auch demokratiegeschichtlich oder aktuell wirkliche Sorgen, weil wir wissen alle, wenn lokale Medien nicht mehr funktionieren, steigt Korruption, steigt alles Mögliche, Nepotismus und so weiter. Auch in Ländern wie unserem. Da mache ich mir Sorgen. Aber ich glaube, innerhalb dieses breiten Systems, das ich gerade beschrieben habe, sehe ich ganz viele Chancen und neue Chancen. Podcast war angesprochen, Newsletter etc. von hochwertigem Journalismus. Wobei, und da sind wir dann jetzt wahrscheinlich doch wieder bei Jan Böhmermann und Markus Lanz. Die Frage, Frau Rennefan, Sie hatten das ja schon angesprochen, die Frage ist, inwieweit kriegen wir das hin, eine Öffentlichkeit zu haben oder zumindest eine breite Öffentlichkeit und nicht ganz viele Teilöffentlichkeiten von Tesla-Weltraum-Begeisterten und Böhmermann-Begeisterten versus vielleicht Leuten, die das eher Oldschool betrachten. Ja, ich würde da auch dem Herrn Kuglik widersprechen. Ich finde das eine ganz schwierige Entwicklung, diese totale Fragmentalisierung der Öffentlichkeit. Und Sie haben jetzt von so einem, glaube ich, sehr akademischen, privilegierten, aus so einer privilegierten Position herausgesprochen, wo man sich dann sehr, wo man sehr informiert ist und dann so alles so sich ausgucken kann und ja, dann auch einordnen kann. Und man hat so viel gelesen und man weiß so viel, dass man dann auch genau weiß, wo man sich Informationen herholt. Aber wenn ich so mit Freundinnen rede, die Geschichtslehrerinnen sind, am Gymnasium, am Oberstufenzentrum, dann höre ich da irgendwie andere Sachen. Also von den, und da muss man auch gar nicht die jungen Leute jetzt irgendwie so attackieren. Ich glaube, das geht durch alle Altersgruppen, aber schon so. Früher hat man halt, also wir hatten irgendwie zwei Zeitungen zu Hause, die Wochenpost und den Neuen Tag und später wurde das die Märkische Oder-Zeitung und das war so ganz normal. Und dann hat meine Mutter irgendwann den Spiegel dazu abonniert und es war so ganz normal und alle haben das gelesen. Jetzt heute liest niemand mehr Zeitung, niemand, ich höre immer nur, ja, meine Eltern haben die Berliner Zeitung abonniert, aber wir würden das nie machen. Also auch Leute, die sich das leisten können, die informiert sind. Und ich sehe da schon so einen Punkt, man hat so wenig Anknüpfungspunkte im Gespräch, man bewegt sich in unterschiedlichen Welten, es gibt verschiedene Zugänge zu diesen Welten und es gibt immer weniger Orte, wo sich Leute auch schon mit verschiedenen Backgrounds, verschiedenen Herkünften eigentlich begegnen können und auch auseinandersetzen können. Und ich sehe das als Problem, ich habe da auch keine richtige Lösung dafür, aber ich finde, das müsste man schon thematisieren. Wenn ich darauf reagieren darf. Es ist ganz interessant, wir, so im Jahr 2012 hat Eli Pariser ein Buch geschrieben, Filterbubbles, nach dem Motto, wir werden alle, durch und durchs Internet werden wir sozusagen alle in einzelnen Filterbubbles gesperrt. Hochinteressant, wahnsinnig plausibel, ist jetzt in den letzten zehn Jahren intensiv erforscht worden, weil es wäre ja nun wirklich eine bedrohliche Entwicklung. Der hat ja nicht gesagt, es gibt Menschen, die in Filterbubbles sind, die gab es auch schon vorher, sondern er hat gesagt, wir alle geraten in Filterbubbles rein. Und das hat man sich ziemlich genau angeguckt, es ist gar nicht so leicht, das zu analysieren und inzwischen ist die Wissenschaft da ziemlich eindeutig, das stimmt nicht. Im Gegenteil, die Leute, die zum Beispiel viel in Social Media unterwegs sind, sind meistens breiter aufgestellt von ihren Newsquellen als die, die eben nur einer Newsquelle folgen. Es gibt Extreme, wo das nicht stimmt, linken, rechten Ränder und so weiter, also es ist nicht hundertprozentig, aber diese These der Filterbubbles und der Echokammern durchs Internet gilt eigentlich weitgehend als widerlegt. Das heißt ja aber trotzdem nicht, dass wir alle aus denselben Quellen trinken. Was ich nur glaube, was passiert ist, es finden immer wieder Synchronisierungen statt. Also Rezo war so eine. Im vergangenen Jahr, als der seine Zerstörung der CDU-Video gemacht hat, das war plötzlich so eine, aus völlig unvorhersehendem Gebiet, so eine Synchronisierung der Öffentlichkeit. Plötzlich haben alle darüber gesprochen. Das war so ein bisschen wie der Durbridge vor 50 Jahren, 60 Jahren. Ich übertreibe ziemlich stark in dieser Stelle, aber es finden immer wieder so einzelne, schwer vorhersehbare Synchronisierungen statt. Die letzten Tage in Kabul war genau dasselbe. Und in diesen Momenten synchronisiert sich sozusagen die Gesellschaft und stellt sich ähnliche Fragen. Das sind andere Formen als früher, aber die halten uns auch schon zusammen. Wir haben Polarisierungsfragen teilweise in der Gesellschaft, aber sehen wir wirklich eine auseinanderbrechende Gesellschaft? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das grundsätzlich durch Social Media und diese ganzen neuen Formen passiert. Deswegen bin ich sozusagen nicht ganz so pessimistisch bei allen Problemen, die wir haben. Ja, das Phänomen Rezo, kleine Anekdote aus dem Deutschlandfunk-Redaktionsalltag. Als er auftauchte und die älteren Kollegen auf mich eingeschlossen, die Mittelalten, wenn ich das so sagen darf, ich sagte dann, Rezo, ich musste immer an Rezo Schlauch denken. Und dann guckten mich zwei Volontäre an und sagten, wer? Also das heißt, für mich war Rezo das neue Phänomen, für die war Rezo Schlauch das neue Phänomen. Also in der Tat, wir haben da sozusagen gegenseitig etwas kennengelernt, was wir vorher noch nicht kannten. Aber Herr Kellerhoff, Sie wollten auch gerne noch. Zwei Anmerkungen, Herr Kucklick. Ich kenne diese Forschung jetzt nicht, weil ich mich mit dieser Art von aktueller Diskussion einfach nicht beschäftige. Mein Eindruck ist ein ganz anderer. Mein gefühlter Eindruck, aber eben nicht wissenschaftlich unterfüttert, muss ich ganz deutlich sagen, ist, dass die Verblasung die Herrschaft der Algorithmen zunimmt. Und dass immer mehr Menschen eben nicht sich in der Breite aufstellen durch Social Media, sondern in einem relativ engen Fenster. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Wahrnehmung, auch nicht speziell bei unseren Lesern. Wir haben erfreulich viele Leute, die auch massiv widersprechen unseren Artikel in den Kommentarspalten, auch von einer politisch linken Perspektive, auch das ist völlig in Ordnung. Habe ich überhaupt nichts gegen, im Gegenteil, ich freue mich drüber. Aber meine Wahrnehmung ist, und wie gesagt, wissenschaftlich nicht unterfüttert, eine andere. Und etwas Zweites noch zu Herrn Mayer. Ja, die Zeitung, die gedruckte Zeitung, die wird niedergehen. Auch da habe ich gerade für den Vortrag in der letzten Woche die Zahlen ausrausgesucht, das habe ich sie noch im Kopf. 1983 hatten alle gedruckten Tageszeitungen Ost und West zusammen, hat sich mal jemand die Mühe gemacht, das aufzuaddieren, 30,1 Millionen tägliche Auflage. In 2021 sind es ebenfalls gerechnet auf natürliche gesamte Bundesrepublik, und das hätte wirklich das gleiche Gebiet mit heute noch viel mehr Menschen als damals aufaddiert. Also 5, 6, 7, 8 Millionen Menschen mehr. 12,5 Millionen. Also, wir müssen uns tatsächlich mit dem Auslaufen des Papiers als wesentlichem Medium beschäftigen. Ich denke, in zehn Jahren wird es noch zwei, drei Wochen Zeitungen geben, zwei im politischen Bereich, nicht Magazine, nicht Special Interest Geschichten. Zwei, drei Wochen Zeitungen geben, vielleicht ein oder zwei Tageszeitungen. Wenn wir ein paar Regionalzeitungen haben, können wir noch glücklich sein. Und ansonsten wird sich das alles in den digitalen Bereich verlagern. Damit müssen wir auch so umgehen, wie wir mit der Frage Gatekeeper versus Knäuel umgehen. Die Medien machen gerade die Medien, wir sind, ich glaube, einer der Gründe vielleicht auch dafür, dass wir uns vielleicht für Demokratiegeschichte nicht hinreichend viel interessieren, ist, wir schreiben sie gerade. Gerade wird medial Demokratiegeschichte geschrieben. Die Medien verändern sich so, dass diese Fragen, was ist eigentlich Demokratie, wie gestalten wir unser Gemeinwesen auf ganz neue Weise und tatsächlich wirklich auf neue Weise nochmal relevant werden. Und das ist doch eigentlich ein spannender Vorgang. Zumal, wenn es nur der Technologiewandel wäre, ich meine, an die Zeit erinnert sich hier keiner im Raum und auch im Livestream nicht, als Tageszeitung zwei- oder dreimal am Tag erschienen ist, weil es eben noch keine anderen, schnelleren Medien gab. Auch dieser Wandel war ja in dem Sinne keine Katastrophe, sondern das Radio und dann später das Fernsehen hat das eben ersetzt. Das heißt, wir müssen noch nicht gleich vermuten, weil das Papier weg ist, dass der Journalismus qualitativ an der Stelle weg ist. Aber Sie haben natürlich auch die anderen Phänomene beschrieben. Ich frage mich an der Stelle, und wie weit das letztendlich gerade mit Blick auf die Algorithmen und mit Blick auf die großen amerikanischen Konzerne, die da mitspielen, eine größere Vielfalt bringt oder vielleicht sogar eher das Gegenteil. Und ich meine, wenn wir auf den aktuell laufenden Wahlkampf schauen, hat man ja manchmal den Eindruck, es gibt eine große Medien- und Meinungsvielfalt und verschiedenste Plattformen und dann aber ganz schnell gleiche Wahrnehmung, gleiche Einschätzung, die gleiche Stoßrichtung. Das finde ich unter demokratietheoretischem Aspekt sehr interessant. Vermuten Sie, dass das algorithmisch gesteuert wird? Ja, oder vielleicht ist es der Lemming-Algorithmus im Journalismus. Ich weiß es nicht. Hat das nicht eher was mit der doch sehr ähnlichen, also wenn man diese These überhaupt annimmt, mit der sehr ähnlichen Sozialstruktur der Journalisten in den institutionellen Medien zu tun? Ich nehme das eigentlich gar nicht so wahr. Ich finde eigentlich, also am Anfang fand ich den Wahlkampf sehr langweilig, aber inzwischen hat es doch an Fahrt aufgenommen. Und ich finde, es gibt auch eine große Vielfalt an Meinungen. Also wenn man jetzt nicht nur die Süddeutsche Zeitung liest, so eine super Zeitung, aber wenn man dann halt auch andere Zeitungen oder auch andere Quellen liest, das ist natürlich, wenn man in so einer privilegierten Situation ist und sich das alles aussuchen kann und das alles auch, ja, dann ist es eigentlich ganz spannend. Also spannend geworden. Also ganz im Gegensatz zu Ihnen stimme ich Ihnen zu. Ich finde es auch so, dass ich relativ schnell und zunehmend schnell auch durch den technologischen Wandel, durch die Schwächung des außenpluralen Systems, auch durch, ich finde, Fehlentwicklungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Mainstreams verbreitern und Mainstreams bedeutender werden, als sie früher gewesen sind, auch in meiner aktiven journalistischen Zeit. Wir verlieren bei gleichzeitig zunehmender, rein zahlenmäßiger Pluralität, was die relevanten Meinungen angeht, also die auch seriösen, nicht wissenschaftlich, aber jedenfalls von einer seriösen intellektuellen Fundamentierung aufbauenden, auf einer solchen Fundamentierung aufbauenden Meinung, verlieren wir an Vielfalt. Und das hat auch was damit zu tun, dass viele Medien, ich will jetzt keine speziell herausgreifen, es immer seltener, auch wieder nur gefühlt zulassen, dass Menschen dort zu Wort kommen, in den redaktionellen Teilen, nicht in den Kommentarspalten, die unterschiedliche und abweichende Meinungen von der Linie des Blattes haben. Das ist mein Gefühl. Ich glaube, bei uns ist es weniger so, weil ich auch jeden Tag die Diskussionen in der Redaktionskonferenz mitbekomme. Von daher, ich weiß nicht, wie die Redaktionskonferenzen in anderen Redaktionen sind, die kenne ich nicht. Vielleicht liege ich völlig falsch mit der Ansicht, aber es ist sozusagen auch mit meinem professionellen Auge draufgeschaut, ist es so, wir haben eine wahnsinnige Zunahme an Plattformen, an auch eben Blasen, ich sagte es ja schon, aber wir haben gleichzeitig eine Vereinheitlichung zu wesentlichen Themen, und ich meine jetzt nicht nur Corona, ich meine vieles, die mich bedenklich stimmt für das außenplurale System und das binnenplurale System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist nochmal ein separates Problem. Tim und Neuer. Also ich würde insgesamt auch zustimmen, insofern finde ich wichtig, dass es die Welt gibt, weil die ein bisschen eine Außenposition einnimmt, aber ich beobachte auch bei der Neuen Zürcher einen Versuch, sich deutschlandweit da neu aufzustellen, um ein neues Publikum zu generieren, weil die Schweiz irgendwie zu klein ist und so weiter, aber eben auch politisch tut sich da was. Insofern, demokratiegeschichtlich gesehen, ist es natürlich, wenn da Konkurrenz eine Rolle spielt, ist es natürlich ein positives Phänomen, dass da irgendwie jemand Neues sich aufstellt, jemand anderes abzusinken scheint, was ich ja nicht wünsche, aber vielleicht der Fall ist, insofern ist diese Pluralität ganz ein interessantes Phänomen. Ja, also da stimme ich Ihnen völlig zu. Ich glaube, das auch. Ich glaube, es differenziert sich gerade sehr stark über den gesamten Bereich von sozusagen rechter Rand, Tichys Einblick, NZZ, Welt. Das Spektrum wird gerade sehr stark aufgeteilt. Bild TV, die vielleicht so in Richtung Fox News gehen wollen und so weiter und so fort. Gabo Steingart, es gibt da viel und man kann dann bis sozusagen in den linksextremen Rand gehen, wenn man, wer das mag, in die Media und sowas. Das wird sehr aufgespalten. Ich bin immer ein bisschen skeptisch mit diesen algorithmischen Geschichten. Was wir hier gerade in Deutschland erleben und was uns ja gerade verwirrt, ist, glaube ich, dieser schnelle Wandel, den wir gerade erleben. Also wer hätte vor anderthalb Monaten vorausgesagt, wo wir jetzt in den Umfrageergebnissen stehen. Das ist aber überhaupt kein, eigentlich vollzieht Deutschland gerade nur was nach, was in anderen europäischen Ländern längst passiert ist. Die Macron-Wahl vor fünf Jahren in Frankreich, da sind quasi in einer Wahl Sozialisten und Republikaner, die bisherigen Platzhirschen, ausgelöscht worden. Italien, die Umwälzung des Parteiensystems, die da stattgefunden hat. Spanien teilweise, Griechenland ist ein Sonderfall. Wir erleben das an Brexit, wir erleben das an vielen Stellen. Das sind, glaube ich, solche Dynamiken der sozusagen der digitalen Demokratie, wenn man es mal so bezeichnen mag, die passieren. Ich kann Sie nicht erklären, warum sie passieren. Man könnte jetzt spekulieren und so, da gibt es auch Ansätze. Ich hätte da jetzt so spontan oder durchdacht vor allem keine gute Sache dazu. Aber das passiert. Und das meine ich mit neuen Dynamiken, die wir haben, die ich auch gar nicht gutheißen will oder verteidigen will, sondern eher sagen, ja, das scheint jetzt zu passieren in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also ich meine, wir sehen gerade sozusagen die Volkspartei, die einzige Volkspartei schrumpft gerade sozusagen jeden Tag. Und warum? Nur aufgrund einer eigentlicher demokratisierten Kandidatenauswahl, die schon anderen Parteien in Europa das Genick gebrochen hat. Labour ist daran gestorben, dass sie die Kandidatenwahl geöffnet haben und deswegen kam Corbyn ran. Genauso die Eliten, auch in den USA, haben die Macht über die Kandidatenaufstellung verloren. Deswegen kam so jemand wie Trump wodurch. Den wollte ja keiner in der Republikanischen Partei haben. Und diese Fehler wurden hier auch teilweise gemacht. Und es wird nicht mehr auf Wählbarkeit, sondern auf das Herz der Parteiausdrücken Wert gelegt. Und dann scheitert sowas. Und das sind Dynamiken, die viel schneller ablaufen als früher und die dann unterstützt werden irgendwie durch diese digitalen Geschichten. Warum und wieso, was da für Dynamiken dahinter sind, weiß ich auch nicht. Ich beobachte das sozusagen nur und merke, dass das dann auch wieder Auswirkungen auf den Journalismus hat. Ich merke gerade, dass die Dynamik unserer Diskussion uns ein wenig weggeführt hat vom eigentlichen Gegenstand. Aber nichtsdestotrotz fand ich das sehr spannend und interessant, weil in der Tat, ich glaube, der Gedanke, den Sie geäußert haben, beschreibt wahrscheinlich auch in der Tat das Phänomen, dass wir gerade mittendrin stecken in so viel Veränderung, dass das vielleicht die eigentliche Demokratiegeschichte ist, die gerade auch in vielen Redaktionen erzählt wird. Ich mache trotzdem noch mal einen ganz kleinen Versuch des Sprungs zurück zum Ende dieses Panels. Auch gerade mit Blick auf das, was Sie tun als Leiter der Henry-Nann-Schule, die ja, viele werden das wissen, manche vielleicht nicht, also früher konnte man auch voraussetzen, in informierten Kreisen wusste man, was die Henry-Nann-Schule ist, nämlich eine der zentralen Ausbildungsstätten des Journalismus in Deutschland. Heute ist das vielleicht nicht mehr so selbstverständlich. Ich würde mich mal interessieren, wie Sie Ihre Schülerinnen und Schüler da wahrnehmen, auch in Ihrem Rollenverständnis als dann künftige Journalistinnen und Journalisten. Ist das auch eine andere Generation, die da anders rangehen wird, die dann nicht vielleicht in einer Geschichtsredaktion überlegen wird, was interessiert einerseits die Leute, aber was ist andererseits auch relevant, was müssen wir denen auch dann und wann immer mal wieder präsentieren? Diese Frage lege ich mir auch immer, ich bin jetzt erst seit anderthalb Jahren, ich bin erst seit anderthalb Jahren Schulleiter, deswegen kann ich wenig über frühere Generationen sagen, ich versuche mich immer sozusagen selbst als jungen Menschen zu betrachten, ob das so anders war. Ich bin mir gar nicht sicher. Die werden von ganz anderen Themen beherrscht, als wir damals beherrscht wurden, das ist ganz klar. Es gibt drei große Themen zurzeit, in der Generation von 20 bis 30 jährigen, das kennen wir auch alle, Klimawandel, Feminismus, im weitesten Sinne Gleichberechtigung, Gleichstellung und Rassismus. Das waren eigentlich alles Themen, die in den 80ern noch nicht so relevant waren. Also ja, andere Themen, andere Herangehensweisen weiß ich gar nicht. Und vor allem auch noch mal zum Thema, müssen wir uns Sorgen um den Journalismus machen? Wir haben jetzt gerade den nächsten Lehrgang ausgesucht und wir hatten 40 Prozent mehr Bewerber als vor zwei Jahren. Also von einem Ende des Interesses bei jungen Leuten am Journalismus kann aus meiner Perspektive überhaupt keine Rede sein, gar nicht. Und das sind hochgradig bewusste, kritische, natürlich mit Voreinstellungen bei uns reinkommende junge Menschen, die, glaube ich, genauso mit Leidenschaft das versuchen zu lernen, was ich das journalistische Prinzip nenne. Also evidenzbasiert, faktenbasiert, versuchen abwägend die Haltung zu haben. Stimmt das? Und das dann im Unterschied zum Beispiel auch zur Wissenschaft möglichst schmissig und gut und verständlich aufzuschreiben. Und das machen auch weiterhin nur Journalisten. Und selbst wenn sie sich nicht Journalisten nennen. Also ich kann einfach bei den klugen Leuten, die bei uns durch die Tür kommen, da fällt es mir echt schwer, auch für den Journalismus pessimistisch zu sein. Was toll ist, die gehen in ganz andere Richtungen teilweise, als wir das früher gegangen sind. Was waren bei uns? Wenn wir nicht in die Redaktion reingekommen sind, haben wir was anderes gemacht. Wenn die heute nicht in die Redaktion reinkommen, machen sie ein Newsletter oder starten einen Podcast oder werden Konzeptionierer teilweise in Redaktionen, teilweise außerhalb. ganz unterschiedliche Formen, viel mehr Formen des journalistischen Ausdrucks, als wir früher hatten. Also ich kann, ich sehe da, Sie merken ja, ich bin sehr schwer zum Pessimismus zu bewegen. Ich will Ihnen die Rolle nicht aufdrängen. Vielleicht übernimmt sie auch wer anders, Professor Mayer. Das soll aber nicht die Überleitung sein. Vielleicht auch eine Ergänzung, weil in der Tat das, was Sie auch schon gesagt haben und was ja offensichtlich heute auch schon Thema war, was den Wissenstand angeht, so das, was früher auch in den Schulen wirklich relevant war. Da mache ich mir auch manchmal etwas Sorgen. Genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich habe nämlich auch mal, Sie haben mich nicht genommen, das waren Ihre Vorgänger. Und ich glaube, es lag nicht am Wissenstest, den ich nicht bestanden habe. Aber das ist ja bei der Henry-Nann-Schule ganz entscheidend, der Wissenstest. Das ist ein Teil davon. Aber ich glaube, das ist eher nicht so sehr ein journalistisches Problem, sondern tatsächlich ein schulisches Problem, dass dort auf andere Dinge Wert gelegt werden, das, was Sie gesagt haben, Herr Mayer. Aber das nehme ich übrigens auch wahr. Das ist ein Thema. Wir hatten ja, wir ist gut, also ich hatte heute früh in der Begrüßung, was die Anwesenden jetzt nicht wissen, gesagt, dass eben der Negativismus ein gewisses Problem darstellt im Journalismus, dass einfach der Nachrichtenwert größer ist, wenn man irgendetwas kritisieren kann, Defizite auftauchen. Und dass das Problem besteht, womöglich diese methodische Bewertung, dass die auch bei der Darstellung der Demokratiegeschichte auch vorkommen könnte. Dass man sagt, wo das überall, und man wird ja auch fündig, wo in der deutschen Geschichte ging es eben schon schief. Insbesondere unter Demokratiegesichtspunkten. Dass man diese Dinge alle hervorhebt, das würde ich eben in ihrem optimistischen Sinne als bedauerlich ansehen. Und insofern also das Plädoyer für eine optimistische, freundliche Perspektive, durchaus kritische natürlich, aber zu sehen, was ist denn demokratiefähig gewesen, schon in den vergangenen Jahrhunderten darauf Wert zu legen, das herauszufiltern, ist eine Akzentsetzung, die nicht allein im Raum stehen muss, aber jedenfalls ein anderes Bild zeichnet als nur diese Problemgeschichte, wo wir in Sack und Achsel gehen müssen, weil wir eben schon so viele Übeltäter in unseren Vorfahrgenerationen erlebt haben oder geduldet haben. Ich denke allerdings, das ist leider oder zum Glück oder wie auch immer jedenfalls nicht zu ändern. Eine anthropologische Konstante ist, dass wir uns eher mit negativen Dingen beschäftigen als mit dem glattlaufenden, mit dem gutlaufenden, mit dem, was die Grundlage dessen ist, was wir alltäglich gewohnt sind. Sich darüber zu freuen, liegt einfach den Menschen nicht zu nahe. Erste Anmerkung. Zweite Anmerkung. Berufsbedingt lese ich sehr, sehr viele alte Zeitungen. Und ich meine jetzt richtig alte Zeitungen. Also Alt fängt bei mir an, na sagen wir mal, vor 1980. In diesem Hinsicht. Das sind also Zeitungen, die im Augenblick erfreulicherweise immer stärker digitalisiert, damit immer einfacher zugänglich werden. Und ich gehe natürlich auch zurück bis in die Jahre vom Ersten Weltkrieg. Und auch da muss man feststellen, bei den seriösen Zeitungen, also ich sage jetzt mal ein Berliner Tageblatt des Theodor Wolf, einer fossischen Zeitung, ich rede nicht vom Völkischen Beobachter, dann später oder auch zur gleichen Zeit dem Vorwärts, den die Friedrich-Ebert-Stiftung in einer brillanten Art und Weise digital erschlossen hat, for free und auch ohne Zugang über eine Bibliothek, wie viele andere dieser Blätter. Da wird man auch feststellen, dass in der Regel die Schlagzeilen, die Themen auf der Titelseite eher sozusagen negativ waren, eher die Kritik betroffen haben. Das ist eher in der Generalanzeiger-Presse, die es auch digitalisiert gibt, die man aber nicht benutzen muss, anders. Also ich glaube, da von der anthropologischen Konstante kommen wir nicht weg. Die ist einfach so bei Menschen, Bad News are Good News. Das ist eine Weißheit, die einfach gilt. Die sollten wir auch nicht bekämpfen, weil das ein donkeyshot-hafter Kampf gegen Windmühlenflügeln wäre. Aber trotzdem uns damit auseinanderzusetzen. Weshalb finde ich, ist Geschichte wichtig, weil wir aus der Vergangenheit Maßstäbe für unser Handeln in der Gegenwart und für die Zukunft gewinnen können. Und zwar immer. Viel andere Möglichkeiten, Maßstäbe zu erschließen, haben wir nicht. Wir können uns natürlich angucken, wie ist eine Demokratie, Weimarer Republik, zu Schanden gegangen seit 1930 oder seit 1929 ganz massiv. Wie wird es die alte Bundesrepublik geschafft, aus dem Zivilisationsbruch des Dritten Reiches und der katastrophalen Niederlage 1945 und der enormen Schuld ein doch stabiles demokratisches Gemeinwesen zu bilden. Da können wir aus der Beschäftigung mit Vergangenheit Maßstäbe entwickeln, die uns in Gegenwart und Zukunft nützen. Das ist sozusagen das Positive, was ich bei der demokratiegeschichtlichen Betrachtung oder der demokratiegeschichtlichen Form des Geschichtsjournalismus versuche jedenfalls zu treffen. Ob mir das gelingt, müssen andere beurteilen. Aber das ist jedenfalls der Anspruch. Lasst uns Maßstäbe aus der Erfahrung, nämlich aus der Vergangenheit, gewinnen. Sabine Rennefanz, das absolut positive Schlusswort darf jetzt bei Ihnen liegen, aber Sie dürfen auch andere Töne reinbringen. Die Berliner Zeitung wird vielleicht einfach das Flaggschiff der guten Berichterstattung über 89, 90 sein. Vielleicht, ja. Ich hatte jetzt gerade, kam mir noch der Gedanke, der ist leider so ein bisschen in die Richtung der Kassandra. Geht also was, wenn wir uns mal anschauen zum Beispiel, muss ich jetzt doch noch wieder über den Osten Deutschlands reden. Diese ganzen Leitmedien, also Welt weiß ich jetzt nicht, aber die Medien aus dem Hause Gruner und Jahr und auch Spiegel, SZ, FAZ, haben alle überhaupt keine Relevanz im Osten, werden nicht gelesen. Das ist ein Riesenproblem. Also ich habe gerade neulich mit Alexander Osang und Christoph Diekmann auf der Bühne gesessen. Die waren lange Zeit die einzigen Ostdeutschen in den Redaktionen. Bei der Zeit ist Christoph Diekmann, ich glaube inzwischen nicht mehr alleine, aber die haben so eine Ossi-Zeit, wo dann so die Ostthemen, die nur die Ostdeutschen interessieren, in so einer Sonderausgabe erscheinen, genau, die man lustigerweise in Berlin nicht bekommen kann. Also Berlin ist dann Westen und daran haben sich alle irgendwie so daran gewöhnt. Wir kriegen da keinen Fuß auf dem Boden. Das ist halt so. Das hat aber schwerwiegende Auswirkungen auch so Demokratie-theoretisch, weil die ganzen großen Diskurse, die in dieser Republik stattfinden, die finden halt ohne ostdeutsche statt und die haben auch keinen Resonanzboden, weil es gibt zwar Regionalzeitungen und auch gute Regionalzeitungen, aber bestimmte Debatten werden halt in diesen Regionalzeitungen dann irgendwie nur in einer Kurzmeldung behandelt. Und das reproduziert also ganz viele Probleme, weil dann wieder auf den Osten nur geschaut wird, wenn es irgendwie Dramen gibt, Katastrophen, das Negative und dann fährt auch ein Reporter von der Süddeutschen Zeitung hin oder vom Spiegel und macht dann Katastrophenalarm und das verstärkt dann wiederum die Wahrnehmung der Ostdeutschen. Ah, die kommen ja, die interessieren sich nur für uns, wenn wieder was schiefläuft. Und dadurch entsteht so eine Entfremdung und das ist was, also es redet jetzt irgendwie gerade keiner über die AfD, aber die AfD, ich war letzte Woche in Cottbus mit Robert Habeck, 25 Prozent, in Sachsen wird es auch die stärkste Partei werden. Und ich sage voraus mal, dass irgendwie in Thüringen auch, dass am 26. September abends wieder alle irgendwie ganz erstaunt sein werden. Wie konnte das denn passieren? Und da sieht man so quasi in Real Time, wie so eine demokratische Entfremdung wirkt und wo auch die Medienhäuser eine Verantwortung haben, ohne dass ich jetzt genau weiß, was man machen sollte, aber hingucken und vielleicht auch so beim Personal irgendwie vielleicht eine andere Politik fahren, werden vielleicht so Ansätze. Vielen Dank, vielen Dank für diese Gedanken, vielen Dank für Ihre intensive Diskussion. hier auf diesem letzten Panel dieser Konferenz hier heute. Das war wirklich sehr spannend und hat mir auch noch mal hier nach einem langen Konferenztag auch noch mal wirklich Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Also insofern, Dankeschön an Sie. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Professor Thürmann-Meyer hat noch ein Schlusswort, das er jetzt spricht, genau an dem Rednerpult. Bitteschön. Sie wissen, dass das natürlich immer eine undankbare Angelegenheit ist, weil natürlich so ein Tag mit derart die vielen Meinungsäußerungen kann man nicht zusammenfassen, aber ich habe mir einfach jetzt mal abgesehen von diesem Podium hier, was man nicht vielleicht noch mal zusammenfassen muss, ein paar Stichworte bei den anderen notiert. Wir hatten ja begonnen mit dem Fach Geschichte, inwiefern das von Bedeutung ist oder ein Auslaufmodell. Wir waren uns einig, oder es kam vom Podium her die Aussage, dass man da natürlich nicht kürzen dürfte, aber das hört man natürlich seit ewigen Zeiten. Der Urzweck des Geschichtsunterrichts wurde von Herrn Blesow bemüht, dass man eine Mehrpartei, eine Mehrpartei, eine Mehrperspektiven Richtung auflegen müsste. Er hat auch erwähnt oder jemand anderes vom Podium, dass die Ost-West-Auseinandersetzung viel zu kurz abläuft und insofern keine Resonanz findet in der breiten Betrachtung. Fräulein Glitzing hat auch eben auf die Breite des Geschichtsunterrichts Wert gelegt. Die Frage spielte auch eine Rolle, ob man die Schüler fragen soll, was sie für Themen haben wollen. Das fand ich, habe ich ein bisschen problematisiert, weil ich dachte, das kann eigentlich nur die Aufgabe der Lehrer sein, dass man da etwas aus dem Erfahrungsschatz und aus der Wissenschaft, die man studiert hat, präsentiert. Der Kanon des Wissens scheint die Frage zu sein, was muss man eigentlich wissen, wo kann man dieses bekommen, ist es noch ein Maßstab, ist es noch realistisch. Abgelehnt wurde, auch von Fräulein Glitzing, die Frage, ob man im Geschichtsunterricht eine Haltung zur Demokratie erreichen wollen soll. Ja, das war ein kritischer Punkt. Also jedenfalls ist hier viel kritisches Potenzial zustande gekommen. Beim zweiten Panel mit Sören Neitzel als Impulsgeber ging es um die Bundeswehr, den Bürger in Uniform, nicht die Schule der Nationen wie in Frankreich, sondern eben die Frage, ob die Bundeswehr kompatibel ist mit der Demokratie. Sie war nie Staat im Staat, wie man das bei der Wehrmacht in der Weimarer Republik schon behauptet hat. Die Frage ist, wie geht man mit der Bundeswehr oder wie ist das Verhältnis der Bundeswehr, wie hat es sich verändert? Die Feststellung war, dass die Bundeswehr eine sehr heterogene Angelegenheit geworden ist, nicht nur wegen dem Migrationshintergrund der Soldaten, die zunimmt, oder dass das Offizierskorb gegenüber den Soldaten in einer gewissen Distanz sich aufführt, sondern dass grundlegend die gesellschaftliche Entwicklung sich eben auch in der Bundeswehr niederschlägt. Überhaupt spielt eben einfach das Verhältnis der Bindung der Soldaten an die Demokratie und die Wertschätzung der Demokratie eine Rolle und spielte immer schon in der Bundeswehrentwicklung eine große Rolle, insbesondere bei einem Konzept von Baudissin über die innere Führung. Insgesamt kann man sagen, aus Neitzels Sicht ist die Bundeswehr aber eine hochloyale Angelegenheit, die eben weniger sich mit Demokratie beschäftigt, sondern sehr stark eben mit ihren Aufgaben zu tun hat. Und im Übrigen, das Stichwort Parlamentsarmee, hat er problematisiert, dass er sagte, eigentlich ist es eine exekutive Angelegenheit, denn der Verteidigungsausschuss würde sich wenig mit der Entwicklung der Bundeswehr beschäftigen. Und zum Schluss war er dafür zu haben, Neitzel, dass mehr Realismus und mehr Offenheit in der Debatte mit der Bundeswehr stattfinden sollte. Drittes Panel ging um das Verhältnis Religion. Hier war man aus meiner Sicht ein bisschen harmonisch bemüht, die Religion, also alle Religionen, die wir so haben, auch die hinzugekommenen, wie Herr Majetzig sich ausdrückte, zu integrieren beziehungsweise zu sagen, dass die Religionen eine Leistung erbringen für die Integration der Gesellschaft und dass sie zum Gelingen der Demokratie beitragen würden, auch durch zum Beispiel synodale Entwicklungen, die Demokratie analog ablaufen. Insgesamt würde eben das Verhältnis von Demokratie und Religion ein konstruktives, integratives sein. Erstaunlich war der Satz, den ich hier zitiert habe oder den Herr Dress gegenüber Herrn Majetzig zitiert hat, Demokratie und Scharia würden vereinbar sein. Das hat man dann nicht mehr so ganz diskutiert, aber man kann ja natürlich vor dem Hintergrund dessen, was wir global kennen, oder sehen wir natürlich eine derartige Aussage doch wahrscheinlich mit einer gewissen Skepsis. Ja, das sind ein paar Punkte, die wir da festgestellt haben und insofern ist natürlich die Diskussion eröffnet, aber nicht für heute und ich hoffe, dass das Publikum in der Ferne, was uns hier mit dem Livestream mitverfolgt hat, entsprechende Aufmerksamkeit gefunden hat und ich denke, die Veranstaltung insgesamt hat eine konstruktive Rolle gespielt. Das kann man ja sowieso nicht anders sagen am Ende einer Veranstaltung, auch dank Ihrer professionellen Führung durch das ganze Programm, das ist ja eine Leistung mit sehr vier unterschiedlichen Themen, jeweils keine Frage irgendwie auszulassen beziehungsweise immer wieder entsprechende Einfälle zu haben und das Publikum zu motivieren und abzuholen, wo es ist, das haben wir ja gerade eben auch erfahren. Insofern also ganz herzlichen Dank erneut, Herr Frenzel, für Ihren Auftritt. Das ist von meiner Seite aus das Schlusswort, von meiner Seite aus also vielen Dank und freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. An sich gibt es jetzt aber noch ein weiteres Schlusswort. Vielen Dank Professor Thilmer Mayer für diese Übersicht nochmal, für diese Zusammenfassung der vielen interessanten Punkte, die wir haben und in der Tat it ain't over till it's over, die Verabschiedung aus diesem wirklich interessanten Konferenztag nimmt jetzt an dieser Stelle Maria Behring vor, die Ministerialdirektorin bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Sie haben das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte diese Verabschiedung doch vor allem mit einem ganz großen Dank verbinden. Danke natürlich an die Veranstalter unserer heutigen Tagesveranstaltung, an die Mitwirkenden, an die Zuschauerinnen und Zuschauern, die im Livestream sich dafür interessiert haben, zuzuhören, was zum Thema Demokratiegeschichte heute nochmal vermittelt werden kann. Ich möchte mich aber auch bedanken, dass Sie uns in der gesamten Legislaturperiode aus Wissenschaft, Medien, aus interessierten Öffentlichkeit, aus politisch aktiven Kreisen unterstützt haben, das Thema Demokratiegeschichte neu mit neuen Impulsen zu versehen und uns auch dadurch bei der BKM den Rücken gestärkt haben, neue Initiativen zu ergreifen. Es ist ein, ich finde, wirklich lustiger Zufall, ich darf das mal so sagen, dass wir nun ausgerechnet am kommenden Montag die Expertenkommission zu Paulskirche konstituieren werden. Es gab heute ein hübsches Interview in einer Tagszeitung, die hier nicht mit am Tisch saß, die hat das überschrieben mit ein bisschen mehr Emotionalität. Wir werden mal gucken, ob bei der Paulskirche für uns ein bisschen mehr Emotionalität zu einem am Ende dann hoffentlich breit getragenen Ereignis führt, wie wir diesen wichtigen Erinnerungsort neu aufbereiten können, so aufbereiten können, dass er mehr Interesse erweckt, dass er mehr ausstrahlt, als er das bisher tut. Das wird noch ein schwieriger Weg werden. Wir haben aber in der kommenden Woche einen weiteren Termin, über den wir uns sehr freuen. Wir werden nämlich den Stiftungsrat für unsere neue Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte konstituieren. Das wird eine Förderstiftung sein, die sich den Orten insgesamt in der Bundesrepublik leider dann am Ende wahrscheinlich doch nur wieder exemplarisch annehmen kann. Ich habe heute noch mal das Stichwort gehört, Gethsemanekirche. Ich greife das gerne auf, weil natürlich ist es in der Tat so, dass man sehr schnell bei Bonn ist, man ist vielleicht noch bei Weimar, dann ist man irgendwie in Frankfurt und dann erbt es meistens schon ein bisschen ab. Es gibt aber bereits ganz, ganz viele Orte, an denen Demokratiegeschichte erinnert wird, an denen es Initiativen aus der Bürgerschaft gibt, aus interessierten Kreisen, die sich dieser Orte annehmen. Das ist zum Teil in einem Engagement gemündet in der Arbeitsgruppe Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Arbeitsgruppe der Demokratiegeschichte heißen sie. Unsere Stiftung hat das Deutsch da noch mit reingefügt, damit wir auch klar machen, wo wir uns ein bisschen beschränkt sehen, wo wir auch nur fördern dürfen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich ganz viele andere Orte, die genauso wertvoll sind, für die Menschen, die sich da engagieren und kümmern. Man braucht nicht erst das Siegel aus unserem Rahmenkonzept Orte der Demokratiegeschichte, um da mitspielen zu dürfen in diesem Kontext, sondern jeder ist aufgefordert, der sich in seinem Umkreis hier engagieren will, da was voranzubringen. Wenn es eine bestimmte gesamtstaatliche Anerkennung finden kann, dann wird das auch in der Bundesstiftung verankert werden können. Aber darüber hinaus ist uns alles andere genauso wichtig und vor allen Dingen wertvoll. Insofern möchte ich auch hier nochmal heute zum Schluss Dank an die Wissenschaft aussprechen, genauso wie an die Medien, die uns in diesem Prozess kritisch begleiten, weiterhin hoffentlich begleiten werden, die uns Anstöße geben, die unsere Arbeit hinterfragen und uns damit natürlich auch selber nochmal einen Spiegel vorhalten, laufen wir hier eigentlich in die richtige Richtung, tun wir das, was wirklich notwendig ist, um dieses neue Thema voranzubringen, voranzubringen, dieses neu bewusst gewordene Thema voranzubringen oder wo sollten wir nachsteuern. Ich bitte Sie herzlich darum, uns auch in der nächsten Legislaturperiode, wie auch immer das alles aufgestellt sein wird, das wissen wir heute Abend natürlich nicht, hier zu unterstützen, uns Impulse zu geben und weiterhin auch mit solchen Veranstaltungen konzentriert die Thematik voranzubringen. Insofern meinerseits mit den Grüßen natürlich auch der Frau Staatsministerin Grütters herzlichen Dank und auf ein Wiedersehen in der nächsten Legislaturperiode. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.